Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Nachbesprechung von One Piece Kapitel 1051. Ja, was ein tolles Kapitel, es war sehr emotional, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja, es war ein bisschen ruhig und vielleicht nicht so das allergrößte Halbkapitel, aber es war etwas für das Herz. Und da ich heute leider wieder erfahren habe, dass heute schon wieder die Spoiler rausgekommen sind, ich habe sie heute noch nicht gelesen und ihr merkt schon, wie ich das ausdrücke. Ich höre jetzt auf, gegen den Strom zu schwimmen und werde euch dann auch jetzt ab dieser Woche wieder Spoiler-Videos bringen. Ihr habt ja lange danach geschrien und es ist einfach zu schwierig geworden, da auch noch in Zukunft einen Slalom drum zu machen. Macht alles ein bisschen einfacher, wir genießen die tolle Zeit damit. Und wer sie gucken möchte, der guckt sie. In Thumbnail und Titeln werden keine Spoiler stehen, genau wie früher. Und wer sich darauf freut, der freut sich drauf. So machen wir das. Nun kommen wir aber zu euren Fragen, die ihr wieder fleißig gestellt habt. Und dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch, denn ohne diese Fragen würde dieses Format ja gar nicht funktionieren. Und wir beginnen mit der ersten Frage von Jutsu Lina. Sie hat nämlich gefragt, was ist überhaupt mit dem Vulkanausbruch vom vorletzten Kapitel passiert und was muss bzw. sollte deiner Meinung nach in Wano passieren? Ja, ich glaube, dieser Vulkanausbruch war so eine einmalige Sache. Es wurde ja auch noch im gleichen Kapitel gesagt. Das war so der letzte Drommelschlag der Befreiung. Und da sich ja bisher nichts getan hat, aber doch schon so ein paar Minuten, vielleicht sogar eine Stunde oder so vergangen sind in diesem Kapitel, können wir eigentlich davon ausgehen, dass da erstmal nichts weiter passiert. Die Leute sind ja auch darauf eingegangen und haben gesagt, hey, hatte das was mit dem Erdbeben zu tun? Die haben ja nicht mal mitbekommen, dass da so ein Unterwasservulkan kurz ausgebrochen ist. War vielleicht alles nur so eine einmalige Sache, würde ich jetzt erstmal sagen. Man kann es im Hinterkopf behalten, vielleicht wird es nochmal relevant werden. Vielleicht bringt es ja sogar etwas zum Vorschein, was vorher nicht zum Vorschein war. Ich denke da so ein bisschen an das Road Pornoglyph von Kaido, weil ich habe ja immer so ein bisschen den Verdacht gehabt, dass er nicht ganz genau weiß, wo das ist. Und vielleicht ist irgendwo eine Wand eingestürzt, die wir aber bisher noch nicht gesehen haben und dahinter ist es versteckt. Oder etwas ähnliches oder es ist halt wirklich eine einmalige Sache gewesen, die halt eben nur mal alles hier wachrütteln sollte in Wano Kuni. Dann von JJ Cool, er hat gefragt, was denkst du, nehmen die Strohhüte Karibu mit von Wano Kuni? Ist eine interessante Frage, denn ich würde eigentlich erstmal Stand der Fakten sagen, natürlich müssen sie ihn mitnehmen. Das war ja der Deal, den er mit Ruffy ausgehandelt hat, als Ruffy noch in der Udon Gefängnismine war. Er hat gesagt, hey, ich helfe euch, aber dafür nehmt ihr mich mit. Und ich gehe stark davon aus, dass er jetzt kein neues Crewmitglied in der Strohhutbande wird. Dafür hat er zu wenig Screentime bekommen. Dafür ist er auch ein bisschen zu hinterhältig, der ganze Charakter. Aber sofern jetzt nichts irgendwie anders passiert, dass Karibu vielleicht von den anderen Charakteren rekrutiert wird, von anderen Crews oder bei denen mitfährt oder denen das Schiff stiehlt, wenn der normale Gang abläuft, heißt Karibu hält sich auch an dieses Versprechen und nagelt quasi Ruffy darauf fest, dann wird Ruffy sich auch an dieses Versprechen halten. Dafür ist Ruffy einfach bekannt. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass er mit der Strohhutbande mitreißt. Vorerst und wahrscheinlich auch erst mal vorübergehend. Vielleicht wird er ja sogar in den nächsten Arc mit reingezogen. Dann haben wir ein paar Fragen von Kurify. Er hat gefragt, wieso hat Momo einfach in keiner Weise Big Mom erwähnt? Sie war zwar keine langjährige Bedrohung wie Kaido oder Orochi, hat aber trotzdem eine riesige Rolle gespielt. Hast du vielleicht eine Idee? Nun, du nennst die Antwort eigentlich schon in der Frage. Für Wano Kuni selbst hat sie absolut keine Rolle gespielt. Sie war ja auch mehr oder weniger so eine Wildcard, die so zusätzlich dazugekommen ist in diesem ganzen Angriff auf Onigashima. Die hatten ja auch nicht so hundertprozentig mit ihr gerechnet am Anfang. Und daher hat er das natürlich in Richtung der Blumenhauptstadt, der Bewohner von Wano Kuni, natürlich nicht erwähnt. Denn die meisten wissen vielleicht gar nicht, dass es jemanden gibt, der Big Mom heißt. Und selbst wenn er jetzt gesagt hätte, hey, wir haben auch zusätzlich noch Big Mom besiegt, hätten die doch sich wahrscheinlich gewundert, mit den Achseln gezuckt. Wer ist Big Mom? Wie war die für uns relevant? Also ich denke, deswegen wurde sie in dieser Rede nicht erwähnt. Was ist mit Azura Doji? Wir haben ihn jetzt einfach nicht mehr von ihm gesehen, dafür, dass er so eine wichtige Rolle hatte und dann einfach so ohne Kommentar scheinbar stirbt und nicht mal irgendwie genannt oder gezeigt wird in der ganzen Zeit, finde ich dann doch sehr schade. Oder kommt er vielleicht noch einmal auf einer anderen Rolle wieder? Ja. Ich habe ja vor langer, langer Zeit gesagt, dass Azura Doji ganz oben auf meiner Liste stand bei Charakteren, die tatsächlich sterben könnten, weil er halt auch tatsächlich nach dieser ganzen Schlacht nicht so wirklich eine Rolle hatte. Klar, er könnte zu seinen Atamayama-Banditen zurückkehren, wobei, wäre er dann noch einer der Atamayama-Banditen oder wäre er dann nicht auch halt ein Basal von Kozuki Momonosuke? Wäre er doch wahrscheinlicher und dann wäre es halt auch irgendwo irrelevant. Wir haben ihn natürlich gesehen, das letzte Mal lag er halt dort, sah ziemlich tot aus, aber das hat ja gerade in One Piece nichts zu heißen, aber dadurch, dass wir ihn jetzt wirklich in den letzten Kapiteln nicht gesehen haben und zum anderen, dass wir Kinemon und Okiku auf einmal halt wieder unter den Lebenden begrüßen können, die waren ja auch eigentlich so gut wie tot, könnte man wirklich davon ausgehen, dass Azura Doji erst einmal tot ist und dann wird er wahrscheinlich nur in so einer Rolle vorkommen, dass man ihn vielleicht so als Helden von Wano Kuni beerdigt, ja, mit einigen anderen Leuten. Ich denke, das Gleiche wird wahrscheinlich auch für Iso gelten, denn den haben wir ja auch nach seinem Aufeinandertreffen mit diesem Cypher-Pol-Agenten nicht wieder gesehen und ich hatte noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er da einer dieser Schatten ist, die da mitgekommen sind in die Blumenhauptstadt, da sich das jetzt aber vollkommen rausgestellt hatte als Kinemon, ja, müssen wir vielleicht auch davon ausgehen, dass Iso tot ist, was mir nicht gefällt, weil der hatte eigentlich noch so ein bisschen Story nach dieser Schlacht, der war ja wieder vereint mit seiner kleinen Schwester Okiku. Aber deswegen, ich habe noch ein bisschen Hoffnung für Iso, aber weiß nicht. Wenn da jetzt wirklich Kinemon und Okiku gefehlt hätten bei diesen ganzen Silhouetten, dann hätte das ja Sinn gemacht, weil wir hätten gewusst, hey, die sind bei Chopper, die werden weiterhin verarztet und die kommen dann später in der Story zurück. Auf der anderen Seite Azura Doji und Iso haben wir halt dort nicht gesehen. Okiku und Kinemon wurden von Usopp hingebracht und Ruffy wurde von Yamato hingebracht und Zoro von Franky. Aber die anderen Verbündeten, die gefallen sind, ja, vielleicht sind die tatsächlich in diesem Krieg gefallen. Schade, schade. Aber wir warten ab, was in den nächsten Kapiteln passiert. Die Details, dass Nekomamushi Kiku im Arm mit seiner Prothese hält oder dass Nami neben Otama steht, während sie quasi eine Ziehmutter bekommt, ähnlich wie Nami damals, sind sehr schöne Details. Oder ist das zu spekulativ? Ich denke, man kann hier eine gewisse Parallele entdecken bei beiden Charakteren. Klar, Okiku hat den Arm verloren, wobei ich mir halt nicht so sicher bin, immer noch nicht, welcher Arm das genau war und ob sie den vielleicht nicht nochmal irgendwie zurückbekommt. Ich meine, One Piece ist vieles möglich, aber ich habe es auch schon in der Live-Reaction gesagt, Law alleine kriegt das nicht hin. Er hatte damals bei seinem eigenen Arm Hilfe von Marcherie mit ihrer Heilfrucht. Ob das ohne die Heilfrucht möglich ist? Schwierig. Aber kann natürlich sein, dass auch sie eine Prothese bekommt am Arm und es ist dann ja wahrscheinlich auch derselbe Arm wie Nekomamushi, da hätte man eine weitere Parallele und genauso ist es bei Otama und Speed. Hast du sehr gut aufgepasst, kann man sagen. Gehen wir mal davon aus, Yamato tritt der Crew bei. Wir haben immer nur darüber gesprochen, ob sie beitritt, aber was wäre wohl ihre Rolle in der Crew? Jinbei ist Steuermann, Nami-Navigatorin etc. Mir persönlich fällt aktuell keine passende Rolle für sie ein. Kämpfer. Also die gleiche Rolle, die auch eben Zorro begleitet. Ja, viele denken natürlich, hey, Zorro ist der Schwertkämpfer der Crew und jede Crew braucht einen Schwertkämpfer. Ist nicht ganz so richtig. In der Vifre-Card-Databook wird er einfach nur als Kämpfer geführt. Und einige würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber Zorro ist doch der Vizekapitän. Und in unseren Herzen ist er das natürlich. Und auch in meinem Herzen ist Zorro natürlich der Vizekapitän der Strohhutbande. Aber, und jetzt sind wir wieder bei Oda. Der sieht das Ganze nicht so wirklich, als würde Zorro der Vizekapitän sein. Ich habe eben gerade schon die Vifre-Card-Databook erwähnt. Dort hat er ihn nur als Kämpfer geführt. Und dann hatten wir ja diesen Color Spread. Ihr erinnert euch, ja, wo wir mal, in Anführungszeichen gesagt, die Vizekapitäne der Crews gesehen haben. Ja, so mit Sabo von der Revolutionsarmee, Beppo und Schirio und so weiter. Und da hatten ja alle gedacht, ja, Zorro ist dabei, weil das die Vizekapitäne sind. Und ich hatte damals schon zu diesem Color Spread gesagt, hm, vielleicht sind das nur die zweitstärksten von jeder Fraktion. Sind ja nicht alles Piratenbanden gewesen. Und tatsächlich hat Oda das in der SBS-Fanpost zu Band 102 bestätigt. Ich weiß, ich bin euch das Video noch schuldig, aber irgendwann wird dieser Band auch hier in Deutschland erscheinen. Und dann mache ich spätestens dann dazu ein Video. Mittlerweile gibt es halt leider kaum Informationen, was in diesen SBS wirklich drin stand. Wirklich spannend, scheinen sie nicht gewesen zu sein. Vielleicht noch das Interessanteste, dass die Kid-Piraten dort vorgestellt wurden. Aber ja, dazu brauche ich ja erstmal ein paar Informationen. Ich möchte euch da ja keine Halbwahrheiten verkaufen. Also, um die Frage dann halt zu beantworten. Ja, Yamato wäre dann wahrscheinlich auch nur ein Kämpfer. Man kann ja mehr als einen Kämpfer haben. Nicht jeder muss zwingend eine wichtige, signifikante Rolle auf dem Schiff übernehmen. Weil dann könnten wir uns auch darüber streiten, braucht ein Schiff eine Archäologin? Archäologin, braucht ein Schiff einen Kämpfer? Okay, den braucht man wahrscheinlich schon, wahrscheinlich auch mehrere davon. Und braucht ein Schiff einen Musiker? Ihr versteht, worauf das hinausläuft. Und ich glaube, die wenigsten hatten so Jinbei auf dem Schirm als Steuermann. Das war zwar immer eine coole Idee, aber dass er dann tatsächlich der Steuermann der Stroh-Bande wird, kam ja auch so ein bisschen aus der Hüfte geschossen von Oda. Vielleicht findet sich irgendeine Rolle für Yamato dort. Und wenn sie dann nur Kämpferin ist, dann ist das doch auch gut. Ich denke, Kämpfer kann man nie genug haben in einer Piraten-Bande. Shessa, nochmal vielen Dank für einen weiteren Euro. Momo wurde als einer der größten Shoguns angekündigt zum Ende des Kapitels. Da er aber am Kampf mit den Kaisern eher einen sehr geringen Anteil hatte, heißt das als Foreshadowing, dass er in Zukunft noch wichtige Rollen einnehmen wird. Uranus-Theorien, die immer wieder aufkommen. Der Krieg gegen die Weltregierung. Oder werden wir vielleicht in Zukunft noch andere wichtige Sachen von ihm sehen, dass diese Aussage bestätigt? Oder was glaubst du, worauf das bezogen ist? Oder zerdenke ich das zu viel? Ziemlich zum Ende der Review hattest du es mal bereits angeschnitten. Dass in Zukunft einiges mit ihm passiert. Aber es muss doch was sehr Großes sein, dass er am Ende über seinen Vater stehen sollte. Die Größe von Momonosuke wird tatsächlich im Kapitel eigentlich erklärt. Deswegen, die Frage kommt ja wahrscheinlich später nochmal, weiß ich nicht, was Leute darunter verstehen. Die Größe kommt ja nicht allein von Stärke. Und genauso wird es ja im aktuellen Kapitel auch erwähnt. Momonosuke wird später in der Zukunft als der größte Shogun aller Zeiten in Wano Kuni gelten. Er ist der Größte. Alle, die vorher kamen, waren vielleicht auch große Shoguns, aber er überragt die alle mit seiner Größe. Und dann wird auch nochmal darauf hingewiesen, weil er eine große Barmherzigkeit hat und eine große Gnade für die Leute. Und im Folgesatz wird halt gesagt, der Grad der Stärke, also sein Level in der Stärke, das kann man ihm verzeihen. Was ja irgendwo impliziert, dass er kein krasser Kämpfer werden wird. Er wird kein Kozuki Oden werden. Was aber vielleicht auch gut ist, weil ich weiß nicht, ob Kozuki Oden der große Shogun geworden wäre. Wir dürfen ja nicht vergessen, er wollte ja auch nie Shogun sein. Dass er dann Daimyo war und so etwas. Wir kennen das aus dem Flashback. Das ist ja alles mehr oder weniger so gekommen, aber er wollte immer weg aus Wano. Er hat ein paar andere Agendas gehabt, möchte ich mal so sagen, als eben sein Sohn Momonosuke. Und Momonosuke ist halt der Shogun, der quasi als erste Amtshandlung das größte Leid, was Wano Kuni je erlitten hat, beseitigt hat. Ja, vielleicht nicht persönlich, aber er hat die starken Kämpfer gefunden. Ja, er hat dafür gesorgt. Er hat quasi als Shogun-General dort diese Schlacht auf Onigashima geführt. Und deswegen glaube ich, dass halt die Größe eher dadurch durch seine Führungsstärke kommen wird. Ja, du hast hier quasi also so einen umgedrehten Spandam und Orochi, die vielleicht kämpferisch nicht viel drauf haben, aber Führungsstärke ist halt krass. Also ähnlich so wie Vivi. Vivi ist auch kein krasser, starker Charakter, aber wird halt eine krasse Führungspersönlichkeit sein. Du brauchst auch solche Leute. Und da es ja so ein bisschen in der Zukunft liegt, ich finde, es hat ein paar Vibes von dem, was damals über die Strohhut-Großflotte gesagt wurde, dass die sich ja irgendwann wieder mal versammeln wird, ja, zu einem großen Ereignis. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es vielleicht eine Rolle spielen könnte für das Ende von One Piece. Ich denke mal, wird man auch nochmal drauf eingehen. Aber es klang ja eben eher so, dass es weiter in der Zukunft liegt. Also wahrscheinlich auch nach One Piece eine große Rolle spielen wird, dass er der größte Shogun ist. Weil ich denke, hier wurde vielleicht sogar durch die Blume angeteast, dass es eine Fortsetzung zu One Piece geben könnte, wo wir halt eben auch einen Momonosuke wiedersehen könnten. Und natürlich dann auch eine Otama, eine Otoko in den Erwachsenen-Versionen natürlich. und vielleicht sogar noch den einen oder anderen Charakter, der dann auch noch eine Rolle spielt. Also finde ich auf jeden Fall nicht uninteressant. Also so habe ich das jetzt aufgenommen, das Ganze. Also das wird stärketechnisch nicht krass werden. Ich glaube natürlich, dass er stärketechnisch noch aufbauen wird, aber er wird halt kein Kuzuki Oden. Und ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann, A. Schmidt hat gefragt, Glaubst du, Otoko, Speed, Otama und so weiter werden die neuen roten Schwertscheiden von Momo? An der Stelle muss man natürlich sagen, die roten Schwertscheiden sind deswegen die roten Schwertscheiden, weil die damals mit Oden in den Kampf gegen Kaido gezogen sind. Und damals halt die untergehende Sonne auf diese Schwertscheiden geschienen sind und die dadurch halt rot geklänzt haben. So wurden die zu den roten Schwertscheiden. Also benutzen wir eher mal den Begriff Vasallen. Da sehe ich natürlich eine Otama und auch eine Otoko ganz vorne dabei. Eine Speed, die wird sich wahrscheinlich zurückziehen. Ich denke, sie war ganz angetan von der Idee, die neue Ziehmutter von Otama zu sein. Und ich denke, da gehört solchen Leuten eher, die Zukunft gehört dann eher diesen Leuten. Ich bin auch gespannt, ob es dann vielleicht noch andere Charaktere gibt, die wir nur so immer mal so in einem Panel gesehen haben und gar nicht so als wirklich einen wichtigen Charakter aufgenommen haben, die aber dann vielleicht wirklich in so einer Fortsetzung von One Piece auftauchen könnten und sagen könnten, hey, ich war damals der Junge aus Bakura Town oder ich war damals der Junge in Ibiza und hatte an diesen Nebenwirkungen von den Smile-Früchten, die bis dahin hoffentlich sich erledigt haben, gelitten. Und jetzt bin ich halt ein krasser Samurai geworden. Bin mal gespannt. Also Otama sehe ich da halt am wahrscheinlichsten, weil sie ja selbst gesagt hat, sie will eine bezauberte Kunoshi werden. Vielleicht wird sie ja dann zu diesen Oniwabancho-Ninjas geschickt, weil so vielleicht Shinobu als Lehrmeisterin, das muss ja auch irgendwie irgendwo wieder aufgebaut werden, diese ganzen Samurai, die dann Momonoske dienen und natürlich auch seine Ninja müssen da wieder aufgebaut werden. Und ich denke, da ist viel Potenzial vorhanden. Jay hat gefragt, denkst du, dass Oz, der Kontinentensier oder so genannt wurde, geholfen hat, Wano Kuni damals zusammenzubauen? Da Wano Kuni aus vielen verschiedenen Inseln mit verschiedenen Klimazonen besteht, seine Leiche könnte Moria damals auch von Wano Kuni geklaut haben, so wie Ryumas Leiche. Außerdem hat man ja gesehen, wie Oz Junior auch diese Wano-Hüte getragen hat. So kann man eventuell schließen, dass Oz Rasse etwas mit Wano Kuni zu tun hat. Schlüsseln wir die Frage erstmal ein bisschen aus. Kommen wir erstmal zu Oz Junior. Er hatte den Hut, ich denke, das wissen die meisten, von Ace erhalten. Er selbst war nie auf Wano Kuni. Hat das, glaube ich, sogar auch so gesagt, dass er selbst nie dort war, sondern den Hut von Ace gemacht bekommen hat. Er hat ihn nicht aus Wano mitgebracht, sondern er hat das ja dort gelernt, was wir auch im Otama-Flashback gesehen haben, dass sie ihm das beigebracht hat. Soviel zu der Verbindung zwischen Oz Junior und Wano Kuni. Kommen wir zu Oz, dem Kontinentenzieher. Ist natürlich eine nette Idee, gerade mit den verschiedenen Klimazonen, aber haben wir wirklich verschiedene Klimazonen gehabt? Ich meine, im Grunde lag ja komplett Wano Kuni brach, liegt es immer noch. Ja, hoffentlich wird das in den nächsten Monaten und Jahren sich wieder verbessern. Und die einzige wirkliche Bestandteil von dieser Insel war halt Ringo. Da war es halt kalt. Da hat es geschneit. Also das sind jetzt zwei Klimazonen, wenn man so möchte. Ja, es sind halt sehr komplexe Inseln, die es in One Piece gibt. So wurden die damals vorgestellt. Der Gedanke ist nett. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Am Anfang war ich bei dieser Theorie vielleicht sogar noch dabei. Der Grund dafür liegt einfach auch an der Beschaffenheit von Wano Kuni. Wurde ja auch von Kaido öfters mal als natürliche Festung genannt und vielleicht wurde dieser auch halt wirklich künstlich erzeugt. Jetzt kommen wir aber zu einem Punkt. Eigentlich haben wir streng genommen nur einen Kontinent in One Piece. Den kennt jeder. Die Red Line. Alles andere sind ja einfach nur Insel. Die kann man ja eigentlich wirklich nicht als Kontinent betrachten. Könnte also eher sein, dass Ors irgendwas mit der Red Line zu tun hat, bedingt auf den Namen der Kontinentenzieher. Bei Wano Kuni ist ja das Ding, Wano Kuni ist ja nicht, ich will jetzt ebenerdig sagen, aber Meeres eben, ihr wisst, was ich meine, wie die meisten anderen Inseln, sondern die sitzt ja quasi auf so einem Berg. Wir haben ja viele Bilder davon gesehen, auch mit dem Geheimeingang und dass man erstmal mit dem Wasserfall nach oben mit dem Schiff kommen muss. Da stelle ich mir das Ganze doch ein bisschen schwierig vor, wie diese Insel dann da oben hingeschoben wurden, wäre. Also da wäre dann vielleicht eher Sunnishan-Charakter gewesen, den ich mir vorstellen könnte, dass der dabei geholfen hat. Aber bei Ors, den ich ja doch ein bisschen grobschlächtiger einfach mal spekuliere, dass er so drauf ist, die da vielleicht oben draufgeworfen hätte oder so, man weiß es nicht. Aber ich habe eine Idee, warum das diese verschiedenen Plateaus gibt auf Wano Kuni. Und die Antwort haben wir vielleicht auch in den letzten Kapiteln bekommen, dieser Unterwasser-Vulkan. Und vielleicht war Wano Kuni tatsächlich irgendwann mal halt komplett zu, so wie eigentlich im Grunde auch unser Planet. Ich weiß nicht, ist das nur eine Theorie oder ist das wirklich bestätigt, dass unsere Welt, die ganzen Kontinente, auch mal ein Superkontinent waren, Pangäa, und der dann irgendwann aufgeteilt wurde, durch Umwelteinflüsse über die Jahrtausende und vielleicht war es bei Wano Kuni auch mit eben diesem Unterwasser-Vulkan. Also das wäre die logischste Erklärung dafür, dass sie halt nicht eine komplette Insel ist, sondern halt aus mehreren Teilen besteht. Warum es dann in Ringo schneit, wer weiß. Also müssen wir halt nochmal uns abwarten. Dann Luness hat gefragt, könnte Joyboy die Porniklüfe zu Gummi gemacht haben und hat sie so verteilen können, würde für mich jedenfalls als einziges einen Sinn ergeben, wenn der alte Joyboy kein Oni beziehungsweise Riese war. Die Frage habe ich nicht wirklich verstanden vom Kontext her, deswegen muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Also um die Frage zu verstehen, denke ich mal, wir wissen ja eigentlich, dass Joyboy die Nika-Frucht hatte, die Raffi jetzt hat, dass er die Porniklüfe zu Gummi gemacht hat und was hat er dann damit gemacht? Hat er sie dann getragen? Ich meine, die würden ja nicht leichter werden dadurch. Oder hat er halt sie dann wie so ein Flummi einfach in die Welt geschickt oder so? Macht ja irgendwie auch nicht so wirklich Sinn. Ein Porniklüfe ist nicht so schwer. Das haben wir eigentlich gesehen in der Jim Bay Cover Story, denn dort hat er ja ein Porniklüfe für Big Mom besorgt. Viele dachten ja, das wäre ein Road-Porniklüfe gewesen, was auf der Fischmenscheninsel ist, aber wenn man die komplette Cover Story sich durchliest, dann merkt man, dass er da erst welchen Leuten hilft, dann etwas mitbringt und dann nimmt er das Porniklüfe, um sich quasi frei zu kaufen, damit er nicht mehr in ihrer Schuld steht. Also, wenn ein Jim Bay das tragen konnte, gehe ich stark auch davon aus, dass ein Joy Boy das tragen konnte und wahrscheinlich auch viele andere Charaktere keine Probleme haben, dies zu tragen. Sollte kein Problem sein. Ja, sind ja auch einige weggetragen worden. Ich meine, die ganzen Porniklüfe, die Big Mom hat, die waren mit Sicherheit nicht immer in ihrer Schatzkammer und genauso ist es halt auch bei Kaido. Wie genau die dann von Ort zu Ort gekommen sind, weiß man nicht. Vielleicht hat er ja seine ganzen Verbündeten zusammengetrommelt und hat gesagt, okay, ihr nehmt das mit, ihr nehmt das mit, ihr nehmt das mit und nehmt das mit in eure Königreiche und so etwas und dann war es das. Vielleicht hat er es ja gar nicht persönlich verteilt auf der ganzen Welt. Tobias hat ein paar Fragen gestellt. Wann denkst du, wird aufgeklärt, ob Azura Doji, Diaz Drake und Iso tot sind? Wahrscheinlich in den nächsten Kapiteln werden wir das bestätigt bekommen. Ich denke aber, Azura Doji, Iso, gute Chancen, Diaz Drake. Würde ich nochmal Hoffnung geben, dass er überlebt. Ich meine, es wäre zu ein armseliger Tod für so einen Charakter. Iso und Azura Doji sind zwar auch Charaktere, die im Fokus standen, aber halt nicht so viel wie Diaz Drake. Der muss ja wieder zurück zur Marine. Da kann ja eine ganz andere Story sich noch entwickeln. Aber auch da schließe ich nicht aus, dass der tot sein könnte. Selbes gilt für Basil Hawkins. Der fehlt jetzt hier in dieser Aufliste noch. Ist mir gerade eingefallen. Was denkst du, wird mit Kanjuru und Orochis Leichen passieren? Naja gut, was soll man mit einer Leiche machen? Irgendwo verbuddeln? Verbrennen? Oder so etwas? Und dann hat sich die Sache dann erledigt. Sofern die nicht sowieso schon verbrannt sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, Orochi hat am Ende auch noch gebrannt. Selbst der Kopf und auch Kanjuru wird ja durch diese Attacke wahrscheinlich gebrannt haben. Wie denkst du, wird die Welt reagieren, dass die Strohhutbande Jinbei und Yamato in der Crew haben? Naja, die Reaktionen auf Jinbei haben wir ja schon teilweise gesehen. Selbst von Kid und so, dass die sich gewundert haben, dass so ein krasser Typ sich der Strohhutbande anschließt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Thema, wo Ruffy der nächste Kaiser sein wird. Es geht eigentlich keinen Weg dran vorbei. Derjenige, der am Ende Kaido besiegt hat. Ich glaube, da wundert sich keiner mehr, was Richtung Strohhutbande geht und Yamato ist ein unbeschriebenes Blatt. Keiner kennt Yamato tatsächlich. Nicht mal Big Mom hat sie gekannt. Sie sollte ihr ja vorgestellt werden, als der Sohn von Kaido. Da hatte ich ja noch diese coolen Theorien, dass da irgendwie die Allianz geschmiedet werden muss, indem die beiden heiraten, weil Big Mom das ja immer gemacht hat. Erinnert euch, Capone Gang Beji musste Shifo heiraten oder bei Aladin war es ja so, dass er Branine heiraten musste. Das ist ja das Ding von Big Mom. Hätte ich mir gut vorstellen können. Aber da dachten wir auch noch, Yamato ist ein Mann und hätte auch mit der weiblichen Yamato funktioniert. Sie hat ja auch genug männliche Kinder und sagen wir es wie es ist. Sie hätte sich so oder so nicht dazu zwingen lassen. Wann denkst du, sehen wir die Flotte der Weltregierung und die Big Mom Piraten wieder? Ja, das ist die große Frage. Auch eine Frage, die immer wieder kommt. Ich weiß nicht, was diese Flotte macht. Und selbst wenn sie irgendwas Aggressives versuchen, Sonisha ist ja noch da. Also ich denke, das Beste wäre, wenn sie sich einfach zurückziehen würden. Vor allem, wenn da noch irgendjemand anders kommt. Sie dürfen ja eigentlich auch da gar nicht gesehen werden. Ich denke, naja, Mistetat schon angerichtet. Ja, das Unheil ist schon angerichtet, dadurch, dass D.S. Drake alles mitbekommen hat und sofern der überlebt. Aber Scratchman Apu, der hat mit Sicherheit überlebt. So ganz rausreden werden sie sich da nicht mehr können, was die Big Mom Piraten angeht. Was soll ich dazu noch sagen, was ich nicht schon gesagt habe, Leute? Wir hoffen, dass sie noch irgendwie was machen. Aber vielleicht sagt auch Peros Peros, wissen wir auch noch nicht, ob der komplett tot ist. Da sind echt wirklich viele Charaktere, die jetzt tatsächlich tot sein könnten und bestätigt werden könnten, der dann halt zurückgeht und sagt, jo, die haben Big Mom getötet, lass uns hier abhauen. Wir haben nichts mehr zu tun. Wäre ein bisschen enttäuschend, gebe ich zu, aber aktuell also angreifen können sie ja auch nicht. Big Mom dort unten wieder rausholen. Wäre cool, dann wäre Big Mom wenigstens safe oder so, vielleicht auch Kaido. Aber die müssten ja auch erstmal wissen, dass sie da ist. Na gut, wahrscheinlich brauchst du nur einen fragen, der es gesehen hat, aber ist schwierig. Mittlerweile immer schwieriger. Der Krieg ist vorbei. Ich denke, da wird auch großartig kämpferisch erstmal nichts mehr passieren. Keine One Piece Frage, wie genau bist du drauf gekommen Mangas zu lesen? Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich habe mich schon sehr früh für Anime interessiert und dadurch ist natürlich auch das Interesse an Mangas entstanden und ich kann mich halt immer noch erinnern, dass ich mit meiner Mutter immer mal ins Hessen Center gefahren bin und dann war ich da in der Bücherei. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist auch so eine Büchereienkette und da habe ich mir halt immer die Mangas angeguckt. Hey, die würde ich mir gerne kaufen und dann habe ich sie mir auch irgendwann vor meinem Taschengeld gekauft. Ich habe ja mit Dragon Ball angefangen, ist ja kein Geheimnis und deswegen finde ich ja auch ganz Mythcats so cool, weil das gab es damals noch. War gerade frisch neu und dachte mir, hey, die willst du irgendwann auch haben und die hole ich mir so nach und nach jetzt bei Medimops gebraucht natürlich, weil die sind schon lange nicht mehr im Verlag. Das sind auch ein paar Verlege, die es gar nicht mehr gibt oder aufgekauft wurden und sie sind nicht so beliebt, dass sie irgendwann eine neue Auflage bekommen, aber das passt schon. Hugendubel, genau, Hugendubel ist im Hessen Center wahrscheinlich auch immer noch eine große Institution. Das wird nicht wegfallen da oder so. Da stand ich immer, hatten sehr viele Regale damals verhältnismäßig, denn bei uns im Dorf oder beziehungsweise im Stadtdorf, weil es ist hier wirklich keine große Stadt, gibt es eine Buchhandlung, die ist groß, also größer, die haben gar keine Manga und die kleine Bücherei, ich weiß nicht, ob die noch existiert überhaupt, die hatte so ein Karussell. Mehr war da auch nicht. Das war damals zu meiner Kindheit nicht großartig, das Ding. Und um das Geheimnis zu beraten, was war mein absolut erster Anime? Nein, es war nicht Heidi, was viele immer vermuten, es war tatsächlich Hardyman räumt auf. Kennt ihr nicht? Hardyman räumt auf? Ja, ist halt der dumme deutsche Titel auf der VHS-Kassette gewesen. Es ist natürlich Luper der Dritte, das Schloss des Kallostro, aber damals haben sie noch Sachen umbenannt. DonkeyShot hat gefragt, meine Frage, denkst du, dass es noch eine Überraschung bezüglich Kaido geben könnte, beziehungsweise einer anderen Gefahr. Wenn ich mich nicht irre, hatte Oda doch mal gesagt, dass es eine noch größere Bedrohung, beziehungsweise gefährlicheren Feind als Kaido auf Wano geben wird. Die ganze Marine-Gang ist doch auch noch dort, könnten vielleicht die gemeint sein. Wenn du dich nicht irrst, du irrst dich natürlich. Tut mir leid, das hier so sagen zu müssen, aber du hast es vielleicht nicht mitbekommen. Ja, es gab so eine Aussage, dass da noch ein gefährlicherer Feind als Kaido auf Wano Kuni lauert. Das soll aber nicht Oda gesagt haben, sondern ein Editor beim Anime und auch das hat sich im Nachhinein als Fake entpuppt. Es war also eine Fake-Meldung mit diesem gefährlicheren Gegner. Des Weiteren weise ich darauf hin, dass nicht die Marine gerade vor Ort ist. Ich habe es ja eben schon gesagt, beziehungsweise in der anderen Frage wird es gestellt. Es ist die Weltregierungsflotte. Das heißt, wenn die Marine überhaupt noch kommt, was ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht glaube, weil wir haben ja immer noch diese Aussage, die ja eigentlich erst ein paar Stunden alt ist, von Kobe, dass sie aktuell keine Manpower haben. Aber ich habe ja auch gesagt, hey, vielleicht bekommen wir so einen Timeskip in Wano Kuni, weil Ruffy und Zorro müssen sich erholen. Lass es eine Woche sein, lass es einen Monat sein oder so, wo wir dann auch Ereignisse auf der ganzen Welt sehen. Und dann kommt vielleicht doch noch die Marine, um zu gucken, was ist da eigentlich vorgefallen. Oder so. Aber lass da erst mal Zeit vergehen. Dass sie jetzt gleich kommt, weiß man nicht. Und ja, wäre cool. Mal gucken. Vielleicht kommt Kizaru. Wobei ich ja immer gesagt habe, es ist auch schon ewig her, dass ich das gesagt habe, es würde halt Sinn machen, dass eigentlich Ryukukyo mal kommen sollte, weil wir hatten mit Dressrosa quasi den Fujitora-Arc. Kizaru hatte mit Saba Odi schon sein Arc, also ich will irgendwann mal diesen Admiral sehen. Und man hat es ja im Riverie schon wieder so nur halb als Silhouette gezeigt. Mal gucken, aber mal schauen, was da passiert. Aber wie gesagt, wenn die kommen, weiß ich nicht, was da passiert. Das Problem ist, die können ja nicht einfach nach Wano und sagen, jo, jetzt sind wir hier, weil es halt kein Teil der Weltregierung ist. Und, ähm, werden ja dann gefährlich für Wano Kuni. Ich weiß nicht. Vielleicht, ähm, macht man aber auch gut Freund und sagt, hey, wir machen euch nichts, ihr macht uns nichts, die Piraten sind schon längst weg und hier nehmt man noch diese restlichen Bestien-Piraten mit, die braucht ja keiner mehr. Mal gucken, ja. Die Marina hat genug Manpower, maximal einen Admiral zu schicken, zu 100%. Ja, die sind halt immer noch beschäftigt mit den, äh, Shichibukai, erinnert euch, ja, die Shichibukai sollen ja gefangen genommen werden und, äh, Kobi hat's ja am Telefon zu DS Drake gesagt, ähm, wir haben aktuelle keine Mannstärke, das heißt, erstmal muss diese Shichibukai-Geschichte geklärt werden, dann haben die natürlich wieder genug Ressourcen frei. Und, ähm, bei, bei den Admiralen, zumindest bei Fujitora und, äh, Ryukukyo hatten wir ja auch noch die Sache auf der Rivarie. Weiß nicht, ob die schon wieder fit sind. Gut, wir wissen nicht ganz genau, wie's ausgegangen ist. Kizaru, na gut, wäre ich auch einverstanden, wenn der kommt. Habe ich nichts dagegen. Ist auch ein cooler Charakter. Sepvan hat ein paar Fragen gestellt. Was ist allgemein deine Meinung zur Charakterentwicklung von Momo seit dem Su-Arc? Ähm, ich find die okay. Ja, hat sich ja gut weiterentwickelt. Wurde ja jetzt auch im Kapitel nochmal Bezug darauf genommen, was Ruffy ihm da auf Su gesagt hat, dass er nicht nur die Galleonsfigur sein soll, sondern halt auch selbst die Führung ergreifen muss. Was ja interessant ist, auch hier haben wir wieder die Parallele zu Vivi, wo ich ja auch gesagt hab, sie ist eine große Anführerin, aber keine starke Kämpferin, weil etwas ähnliches hat er ja auch zu Vivi gesagt, ja, dass sie für sich selbst stehen muss. Ähm, also find's okay, die Charakterentwicklung. Denkst du, Yamato dürfte nun endlich lernen, sie selbst zu sein, wenn sie das nicht schon immer ist? Immerhin hat Ruffy zu ihr bei ihrem ersten Treffen schon mal gesagt, dass sie nicht Oden sein kann und ich denke, das wird er ihr auch nochmal deutlich machen, sie kann ja weiterhin großer Oden-Fan bleiben und dieses Ich-bin-Oden-Meinetwegen als eine Art Running-Gag behalten. Ja, die große Frage, kommt Yamato in die Crew? Ich denke, ähm, es ist natürlich nicht hundertprozentig bestätigt, ja, die bleibt natürlich auch die Bestätigung, aber nach diesem Aufbau und nach dem, was Yamato möchte, was wäre ihre Story, wenn Ruffy hier Part 2 Nein sagt, ohne Chance, dass sie doch noch mitkommen könnte? Würde Ruffy so etwas tun? Also er würde, er würde Yamato das Herz brechen. Was, was soll sie sonst tun? Auf Wano bleiben? Ne, da würde sie nicht ihren Traum leben, ja, ihren Traum ist es, wegzukommen aus Wano, sie war eine, ihr ganzes Leben dort eine Geisel, ja, gut, wir wissen nicht, wo sie die ersten acht Jahre vielleicht vorher verbracht hat, aber 20 Jahre war sie da definitiv eine Geisel. Du hast aber etwas gesagt, was ich auch bei der Live Reaction schon gesagt habe, ich glaube, ich habe es auch in der Review angeschnitten. Ich kann mir vorstellen, dass Ruffy es so macht, dass er sagt, Kozuki Oden möchte ich nicht in meiner Crew haben, ich möchte Yamato in meiner Crew haben, ich möchte dich in der Crew haben, nicht irgendjemand anderen, den du sein möchtest oder so etwas, dass wir so nochmal eine Szene bekommen, kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch das, was ich eben gemeint habe mit zwar Nein sagen, ihr aber noch eine Chance geben, trotzdem mitzukommen. Ja klar, man hat so im Hinterkopf, hey, das könnte genauso ablaufen wie damals Whitebeard und Oden und vielleicht kettet sie sich an die Sunny, wäre ja auch witzig, aber sie kann ja nicht hinterher schwimmen. Ja, sie würde ja untergehen wie ein Stein, sie ist ja eine Teufelsfruchtnutzerin, das war ja Kozuki Oden nicht. Bin gespannt und bin auch gespannt, ob sie dann vielleicht ein neues Design bekommt, wenn sie sich halt eben nicht mehr so anzieht wie Kozuki Oden. Ja, bin gespannt. Ich freue mich auf Figuren. Und ihr wisst es, ja, ich habe auch die, gestern nochmal so durchgeguckt, ich habe ja viele Videos über neue Strohüte gemacht und in jedem war von mir von vornherein klar, Yamato muss es sein. Yamato muss es sein. Welche Rolle, denkst du, wird Yamato als potenzieller Nakama später einnehmen? Da sie sowohl Sakebrauen als auch Wifelkarten herstellen kann, sehe ich sie vor allem da, das ist zumindest eine gute Idee, was sie da machen könnte, so als leichte Handwerkerin, aber auch das ist jetzt nicht so speziell in One auf dem Schiff zu wissen. Ja, ich meine gut, wir haben auch Usopp, der ist Schütze. Wie oft schießen die mit der 1000 Sunny? Das ist jetzt auch sehr selten passiert oder so. Erstens ist es generell schon mal eine coole Fähigkeit, gerade Zoho dürfte es freuen und vor allem Letzteres stelle ich mir später extrem nützlich vor, zum Beispiel, wenn sich die Crew und oder Verbündete aufteilen müssen oder ähnliches. Na gut, wird nicht mehr so viele Gelegenheiten dazu geben, aber du hast natürlich recht. Ansonsten sehe ich sie immer noch als Chronistin, die ihre Abenteuer mit der Strohbande sowie vergangenen Abenteuer diese niederschreibt oder sie macht das, was Carrot davor gemacht hat, ausguckt, was findet, lässt sich bestimmt. Also ich denke, klar, irgendwas lässt sich finden, im Notfall ist sie halt nur eine Kämpferin. Chronistin ist vielleicht eher so eine Sache, was halt Robin machen würde, aber auch das wäre natürlich eine gute Idee, denn bevor Masked Doos bei den Spade-Piraten, also bei Ace-Bande, ein Arzt wurde, ja, war er ja auch einfach nur Schriftsteller in dieser Piratenbande. Sein Ziel war es ja, eine Abenteuergeschichte zu schreiben. Die kennt ihr auch alle, also vielleicht habt ihr sie nicht gelesen, aber ihr kennt sie alle, das ist nämlich die Novell A. Die wird tatsächlich im Manga selbst oder beziehungsweise in der Geschichte selbst von Masked Doos geschrieben. Das ist so ein bisschen eine Meta-Sache, wenn man in Richtung Herr der Ringe geht, gell, da gibt es ja dann auch das rote Buch der Westmark, wo dann halt auch die Geschichten von Bilbo niedergeschrieben sind und so etwas. Also finde ich gar nicht so schlecht die Idee, sie da quasi als Chronistin oder halt als, ja, Schriftstellerin da reinzubringen, gell. Ich bin mal gespannt, wo es da hingehen wird, gell, also wie gesagt, Kämpferin würde mir vollkommen reichen. Ich will sie einfach nur auf der Sunny sehen und glücklich, weil sie soll einfach glücklich sein. Denkst du, es wird innerhalb der nächsten Kapitel noch zum Ausbruch des Vulkans und oder anderweiligen seismischen Aktivitäten kommen, nachdem vor zwei Kapiteln Kaido in die Magma-Kammer befördert worden ist? Eher nicht. Ich denke, das Ding ist abgeschlossen, aber schließt es auch nicht aus, habe ich vorhin auch schon erklärt. Zu Big Mom und Kaido, denkst du, es wird bald auch noch der Rocks-Flashback kommen, entweder noch in diesem Akt oder im nächsten Akt und dann war es das mit den beiden? Naja gut, wenn wir sie jetzt demnächst nicht wiedersehen, wird es das wahrscheinlich gewesen sein für beide und die sterben halt einfach in diesem Magma-Fluss. Über die Rocks-Piraten werden wir dann von einem anderen Charakter erfahren müssen, der damals auch dabei war. Gibt ja noch ein paar, die dabei waren und noch leben. Dürfen wir nicht vergessen. Garb war dabei. Shiki ist ja auch noch irgendwo da. Ich glaube zwar nicht, dass man den in der Story nochmal zurückholt, wobei wir haben ja dieses, äh, diese Cover-Story-Bild mit, mit Grokos, wo er mit jemandem trinkt. Vielleicht war das Shiki und der kommt doch nochmal in diese Story irgendwie zurück. Vielleicht nicht als krasser Kämpfer, aber halt jemand, der uns etwas erzählen kann. Marco könnte was wissen von Whitebeard, weil vielleicht hat er ihm da so ein bisschen was erzählt und vielleicht sind ja auch noch ein paar andere am Leben. Man vermutet ja nur, dass die alle tot sind, aber hey, Miss Buckins, auch ein Charakter, möglich. Shaku Yaku, na gut, ist ein bisschen raus aus der Story, ja, weil sie halt in Sabaody ist, aber ich denke, wir haben da noch ein paar Möglichkeiten, aber ich sage auch, Big Ma und Kaido waren halt so mehr oder weniger, äh, die prominentesten Charaktere, wo man dachte, da erfahren wir ein bisschen mehr. Ähm, Big A hat ein paar Fragen gestellt. Durch die Übertragung könnte es sein, dass jetzt auch die Weltregierung und auch wenn sie nicht da sind, die Marine mitbekommen haben, dass die Kaiser besiegt sind und Wano nun wieder frei ist. Ja, klar, haben die das ja erfahren, natürlich. Also ich glaube, spätestens, äh, dieser, äh, Bruder muss los, Agent, das ist jetzt der Name von dem. Ihr erinnert euch, ja, der ganz schnell, äh, ganz schnell los musste. Äh, ich denke, spätestens der kann es natürlich der Weltregierung und, äh, den Gorosei sagen, dass, äh, Kaido diesen Kampf verloren hat und Ruffy gewonnen hat und der jetzt halt blöderweise auch das gemacht hat, was ihr alle verhindern wolltet. Äh, also da sehe ich auch unabhängig dieser Übertragung natürlich die Möglichkeiten. Was macht Babanuki jetzt? Da hat Tama ja gesagt und, äh, wenn die Wirkung nachlässt, könnte sie sich entscheiden, ob gut oder nicht. Eine Idee? Vielleicht bleibt er einfach da und sagt, hey, äh, ich helfe mit, äh, hier Wano Kuni wieder aufzubauen. Ich meine, wäre doch für viele, äh, eine Möglichkeit, aber ich denke, denen wird keine Steine in den Weg liegen, wenn man, wenn die fragen, hey, dürfen wir gehen? Dann dürfen die halt einfach gehen. Das ist halt einfach so. Ich meine, das sind ja jetzt keine Charaktere, wo man drüber reden muss, dass da nicht ein krasser Samurai die weghaut. Also ich würde schon sagen, so ein, so ein Kinemon, so ein Denjiru, wenn die wieder fit sind auf 100%, wenn, wenn die auch ein Babanuki besiegen können, also da müssen dann schon wieder ganz andere Kaliber kommen. Ich dürfte ja nicht vergessen, die haben, äh, ja teilweise auch gegen die Kaiserkommandanten gekämpft. Dann, äh, noch eine Frage. Meinst du, das war Odas geplantes Ende des Kampfes gegen Kaido oder war es sich dann doch nicht so sicher, wie er es machen soll und hat es so gewählt, wie geschehen? Äh, ich denke, du spielst auch nochmal auf diese Aussage von Oda, dass er gesagt hat, dass Ruffy ihn nicht einfach nur mit einem größeren Schlag besiegt. Äh, da bin ich auch in den letzten Livestreams ja auch schon drauf eingegangen. Leute, ja, das war natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Ja, das war ein größerer Schlag und wenn man es buchstäblich, äh, nimmt seine Aussage von damals, dann hat man natürlich recht, dann hat Oda da ein bisschen Blödsinn gemacht. Aber wir dürfen nicht vergessen, wel, 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 welchen Weg dieser größere Schlag hinter sich hat, seit Oda das gesagt hat. Da haben wir ein Ruohaki dazu bekommen, da haben wir ein erweitertes, äh, Rüstungshaki dazu bekommen, da haben wir die infusierte Königshaki-Geschichte mitbekommen, da haben wir die, äh, mystische, äh, mystische Teufelsfrucht, äh, Nika dazu bekommen. Ja, also das, das, das ist das Ziel gewesen, Kaido zu besiegen. Welche Attacke es am Ende war, ist doch egal. Was hätte Ruffy jetzt machen können? Wäre es jetzt besser gewesen, wenn Ruffy mit dem Fuß zugetreten hätte? Einen riesigen Fuß statt eben, äh, den, den, den Faustschlag hat er ja auch gemacht, gell? Weil, das ist halt der Angriff von Ruffy. Ja, was soll er da großartig anders machen als ein Faustschlag? Das ist halt eben, äh, die Angriffstechnik von Ruffy. Er hat keine Waffe. Er wird auch wahrscheinlich nie eine benutzen. Und wenn, haben wir es ja auch in Wano Kuniak gesehen, wie er mit dem Nidaiketet so umgegangen ist, oder? Hat er auch mit der Faust zugeschlagen. Also, nicht alles so wörtlich nehmen, sondern, äh, den Weg, der Weg war das Ziel, Kaido zu besiegen. Und Kaido wurde ja schon, äh, ein bisschen weich geklopft, bevor Ruffy dazu kam. Das darf man auch nicht vergessen. Zembrus, äh, ist bekannt, auf welcher Insel das Grab von Ace und White Pit ist? Glaube, äh, glaubst du, dass die Strohbande sie besuchen werden? Jetzt, wo Yamato sehr wahrscheinlich beigetreten ist, fände ich das durchaus eine Option. Also, dass sie die beiden Gräber besuchen werden, ähm, ist definitiv eine Sache, die man machen kann. Wo diese Gräber sind, ist, äh, offiziell gar nicht bestätigt. Sphinx Island, der Name ist ja auch nicht bestätigt, wäre natürlich eine Möglichkeit. Vielleicht sagt Marco, okay, wir fahren jetzt erstmal zu dieser Insel zurück und, äh, da erkläre ich euch dann alles. Ja, ich will nicht selber zurückfliegen, sondern gib mir mal einen Drive. Und dann gehen halt, äh, sie an die Gräber, dann passt das. Aber im Grunde, wenn Yamato da alleine hin möchte, dann muss sie auch allein da hingehen, dann würde sie wahrscheinlich nicht Teil der Strohbande werden, was wieder traurig wäre. Zumindest für mich. Und, ähm, deswegen würde ich sagen, würde sich das dann, wenn es keinen direkten Weg dorthin gibt, so verhalten, wie es halt auch bei Brook ist. Ne? Wir werden irgendwann da hinfahren, aber erstmal machen wir das, was wir eigentlich machen wollten. So. Ähm. Ja, äh, Ronald hat ein paar Fragen gestellt. Ähm, wurde erklärt, warum Kinemon wieder fit ist. Hätte Usopp nicht verzweifelt versucht, ihn, äh, zu, äh, zu, seinen Beinen zu bringen. Naja, Usopp ist kein Arzt und, äh, Chopper konnte sich da ein bisschen besser drum kümmern. Ähm, vielleicht ging es ihm doch gar nicht so schlecht und er hatte ja auch ein bisschen Zeit, sich auszuruhen. Ja, so die letzten Stunden, äh, war er ja sowieso schon die ganze Zeit ohnmächtig. War vielleicht doch nicht alles so schlimm, wie man gedacht hat. Und es ist ja auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Also, ja, ich hätte ihn jetzt auch nicht da erwartet, so schnell wieder auf den Beinen, aber ist halt okay. Ja. Ähm, warum passt Momos Kleidung und sieht nicht zerlumpt aus? Shinobu hat Momo und, äh, seine Kleidung doch gereift. Müsste da die Kleidung nicht als, äh, und, als, und lumpig werden und auch nicht mit wachsen? Ja, das ist halt wieder dieses, dieses klassische, ähm, diese klassische Gedankensache, so wie die Hose vom Hulk, gell? Ja, das ist ein Bloodhole, aber ich denke, etwas, worauf man, äh, verscherzen kann. Vielleicht haben sie aber auch irgendwo noch ein, äh, äh, noch eine Kleidung für Momonosuke gefunden, nachdem er sich zurückgewandelt hat als Drache, ähm, und haben ihn dann halt vorher eingekleidet, bevor er in die Blumenhauptstadt geflogen ist. Ja, ich denke, da sind ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde vergangen, bis sie zur Blumenhauptstadt sind. Na, auch das könnte das natürlich erklären. Ähm, man muss sich nur eine Antwort finden. Aber ich denke, das sind so auch die Fragen, die vielleicht irgendwann in der SBS auftauchen, äh, wo oder sich dann halt irgendwie was aus den Fingern zieht. Ja, es klingt ein bisschen schäbig, aber, ja, es gibt definitiv irgendwie irgendwo eine vernünftige Erklärung dafür. Ähm, wie würden Nami und Robin reagieren, wenn sich Momo mal wieder wie auf der Sunny ankuscheln will? Naja, nicht so, wie es halt eben gewesen ist, bei, ähm, bei, äh, als er noch ein Kind war. Das kann er jetzt natürlich nicht mehr machen. Ich hab's ja auch gesagt, dass sich das als ne witzige Szene sehen würde, wenn so etwas noch vorkommt. Wäre natürlich einem großen Shogun nicht würdig, äh, sich so an Frauen heranzukuscheln. Er muss ja jetzt auch so ein bisschen die Form wahren, weil Hiyori da ist. Da kann er ja nicht als Perverse hingestellt werden. Ich denke, er wird's nicht versuchen. Aber es wäre natürlich ne witzige Szene, gell? Ähm, bin gespannt, was Oda da noch macht. Äh, Wapol hat gefragt, sollte es zu dem unwahrscheinlichen Fall kommen, wo Ruffy Nein zu Yamatos Beitritt sagt? Welche Rolle sollte sie auf Wano Kuni haben oder, äh, segelt sie alleine los? Ich sehe da keine Option außerhalb der Strohbande. Ich seh die auch nicht. Wenn er Nein sagt, hol ich sie ab, fährt sie bei mir mit. Ganz einfach. Nein, äh, wie gesagt, äh, jetzt zu ihr in der Situation Nein zu sagen, hat Ruffy jemals Nein gesagt? Mir fällt da immer diese Geschichte mit den Foxy-Piraten ein. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das nur im Filler-Version des Long Ring Longland-Arcs war, wo er diese ganze Foxy-Piraten-Bande dann in seiner Crew hatte. Ja, weil er hat ja gewonnen am Ende gegen Foxy. Oder ob das nur halt an einem Filler vorkam. Die hat er abgelehnt. Gut, das waren halt auch zu 99% No-Names gewesen. Die willst du natürlich nicht in der Crew haben. Ja, die hatten auch keinen persönlichen Bezug zu Ruffy. Und jetzt haben wir halt Yamato. Und, äh, ich hab's ja auch schon in der Live-Reaction erklärt. Der Beitritt ist ja eigentlich quasi genauso wie der Beitritt von Nico Robin. Und Ruffy sieht ja etwas in Menschen, das halt sonst keiner sieht. Gut, vielleicht wir Fans noch sehen, aber ich denke, er will sie ja auch dabei haben. Aber wie gesagt, es kann auch zu dieser Situation kommen, dass sie etwas tun muss. Ja, vielleicht nochmal umdenken muss. Ja, das ist ja auch eine Art von Ruffy, äh, dass er tut. Und dann kommt sie halt einfach mit. Was soll sie auf Warno? Ja. Momo heiraten? Ja, nee, muss nicht sein. Will sie auch gar nicht. Ja, das ist, man würde, man würde sie quasi einfach wieder in diesen goldenen Käfig setzen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen. Wobei, na, eigentlich schon. Es ging ja auch vorher nicht gerade gut. Wurde ja auch öfters mal ohne Abendessen ein paar Tage ins Bett geschickt. Also, äh, ja. Aber trotzdem, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ja, das ist nicht fair ihr gegenüber. Und wenn sie alleine loszieht, klar, in der Cover-Story würde ich das auch gerne sehen, aber wäre da auch ein bisschen schade, dass sie dann keine Freunde hat. Oder? Ich meine, sie will ja auch Freunde haben. Also, naja. Guck mal, wie glücklich sie war, als Ace da war, mit dem sie sich unterhalten konnte. Ja. Jetzt hat sie die Strohbande diese Zeit Jahren verfolgt. Ja. So, äh, MXM. Denkst du, Sanji hätte gegen Kaido auch Schaden anrichten können, wie Zoro? Wenn Sanji dabei gewesen wäre, hätte er Schaden angerichtet? Aktuell würde ich eher sagen, nein. Aber hätte Oda ihn geplant dort, hätte er es wahrscheinlich auch schaffen können, wäre dann wahrscheinlich ein anderes Power-Up geworden. Ja. Vielleicht wären das wahrscheinlich so Schäden gewesen, wie, halt alle anderen auch Schaden angerichtet hat, wo man sich nicht sicher war, ob das überhaupt Schaden an Kaido gemacht hat. Aber Kleinvieh macht halt auch Mist. Aber nicht so, wie Zoro das natürlich gemacht hat. Ähm, wer weiß. Aber vielleicht, wenn Sanji dabei gewesen wäre, hätte er vielleicht auch das Königshaki gehabt und hätte dann die ganze andere Sache wieder anders ausgesehen. Sanji hatte ja relativ wenig Problem mit Queen. Bist du auch der Meinung, dass er es mit King hätte aufnehmen können? Denke ich auch. Also, ich denke, die, ähm, die, die, die Überlegung, dass Sanji gegen King kämpft, äh, gab es durchaus. Und, ähm, wer weiß, ob er ihn hätte besiegen können. Das möchte ich nicht ausschließen, aber er hätte bestimmt eine gute Figur dagegen gemacht. Kampfkeks. Was denkst du, ist mit Iso und Azura Doji passiert? Hatten wir schon. Mhm. Werden wir sehen. Äh, Ole. Ähm, sind es denn jetzt neun Schatten, wenn Momo nicht mitzählt, da ich Azura Doji nicht gesehen habe? Ja. Kommen wir mal zu dieser neun Schatten, ähm, Sache von, äh, Kozuki Toki. Ähm, wir haben auch lange viele Theorien gemacht. Nicht nur ich, auch wahrscheinlich viele andere darüber. Wer sind die neun Schatten? Wen hat Toki damals gemeint? Ich denke, nach diesem Kapitel können wir eigentlich davon ausgehen, dass Toki die roten Schwertscheiden gemeint hat. Die roten Schwertscheiden sind neun. Es sollen neun Schatten sich erheben, um, äh, den, den Dorn zu bringen. Dass, äh, aber Kozuki Toki keine Hellseherin war, wie Madame Shiali das beispielsweise war, sollte auch mittlerweile klar sein. Weil, wenn sie in die Zukunft hätte schauen können und weiß, was in etwa passiert wäre, dann hätte sie wahrscheinlich auch gewusst, dass Kozuki, äh, Kozuki, ähm, Kanjuru, äh, ein Verräter wäre. Deswegen hat sie wahrscheinlich ihn auch als diese neun roten Schwertscheiden, ähm, mitgezählt. Ja, also ich denke, es wird darauf hinauslaufen. Im Grunde, ähm, ist es ja auch das, was die Leute auch bestätigt haben, dass ihre Worte damals wahr waren. Ja, 20 Jahre später, äh, hier, äh, kommen die neuen Schatten, ja, die roten Schwertscheiden. Wobei sie die ja nicht explizit erwähnt hat. Keine Ahnung. Was soll da jetzt noch kommen, was, was Richtung in diese Schatten geht, gell? Ich hätte mir da auch ein bisschen mehr erwartet, aber am Ende ist es halt vielleicht der einfachste Gedanke und dann sind es halt die roten Schwertscheiden gewesen. Schwierig. Stimmt, Kinemon hat eine Teufelsfrucht. Das ist eine sehr gute Idee, wie man die Kleidung von Momonosuke erklären kann. Ist mir gar nicht eingefallen. Das geht immer ein bisschen unter, weil die so unterschwellig ist, diese Teufelsfrucht. Kinemon muss übrigens auch noch mit Zuru wieder vereint werden, gell? Erinnert euch, ist ja seine Frau, gell? Äh, bin ich auch gespannt noch. Äh, Smoseby hat gefragt, denkst du jetzt, wo Onigashima wieder gelandet ist und sich alle in Sicherheit wiegen, werden die Big Mom Piraten auftauchen? Hatten wir vorhin schon. Keine Ahnung. Ich hab da so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Natürlich stirbt die Hoffnung nie. Wir werden sehen, ob da nochmal irgendwas kommt Richtung Big Mom Piraten. Also, die haben mich halt tatsächlich schwer enttäuscht in diesem ganzen Arc. Hätte man auch weglassen können, ja. Ja, Big Mom kommt alleine mit Peruspero. Wär nicht anders da ausgegangen. Ist wie bei Sonisha, gell? Naja, wer wird vielleicht noch eine Rolle spielen? Äh, glaubst du Momo, ah, das ist jetzt hier eine Frage von Ibo übrigens, äh, glaubst du Momo übertrifft irgendwann die Stärke von Oden und sehen wir die Zukunft in Action? Ja, hab ich vorhin auch schon beantwortet. Es wird ja auch gesagt, er ist zwar der größte Shogun aller Zeiten von Wano Kuni, aber sein, sein Grad an Stärke, das verzeihen sie ihm halt alle, äh, da ist er halt nicht der krasseste. Er ist kein Kozuki Oden, von daher nein. Adrian Glass hat gefragt, kann theoretisch jeder Joyboy werden, unabhängig von der Teufelskraft, oder ist Joyboy zwangsläufig an das Erwachen der Hito-Hitonomie Modell Nika geknüpft? Jein. Ich glaube, nicht jeder kann Joyboy werden, da gehört ein bisschen was dazu. Ähm, ich würde auch nicht auslesen, dass man zu Joyboy werden kann ohne diese Teufelsfrucht, ja, das ist dann vielleicht nur nochmal so ein zusätzliches Erkennungsmerkmal. Ähm, und, äh, genauso glaube ich halt nicht, dass irgendein 0815-Dulli diese Teufelsfrucht essen könnte und dann automatisch zu Joyboy wird. Ich denke, äh, um der neue Joyboy zu sein, gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach nur die Gumgumfrucht zu essen, ja, und dann natürlich diese dann auch zu erwecken, aber das packt halt 0815-Dulli nicht, da sind wir halt uns auch alle einig. Ähm, soweit ich mich erinnere, hatten bisher ja alle Sohan-Kräfte eine Ausgangsform, eine volle Transformation und eine Hybridform. Das sollte bei Ruffy Sohan, kann, äh, ja auch so sein, was glaubst du, ist die Form, die wir jetzt gegen Kaido gesehen haben, die volle Transformation und wenn ja, wie könnte eine Hybridform aussehen, also vom Kampfstil nicht aussehen, liebe Grüße. Auch eine Frage, die schon häufiger beantwortet wird, wir haben eine Mensch-Mensch-Frucht, sollte klar sein, oder hatte das auch in der SBS schon beantwortet, was passiert, wenn ein Mensch die Mensch-Mensch-Frucht ist? Nix, der kann halt einfach nur nicht mehr schwimmen oder geht unter wie ein Stein in dem Fall, ähm, und ich denke, so verhält sich das auch mit der mystischen Version. Der wird halt eben nur diese Nika-Form haben und, äh, wir wissen ja, dass Nika eigentlich auch genauso aussieht wie halt Ruffy in dieser Form. Ja, deswegen hatten wir ihn ja auch immer direkt, äh, in Verbindung gebracht. Das heißt, es wird eine Form halt wegbleiben bei dieser ganzen Geschichte, die er halt eben halt nicht haben wird, weil er eben halt ein Mensch ist. NoName hat gefragt, denkst du, äh, dass Kinemon die Mink-Medizin genommen hat, wäre es keine Tragödie, Akt 3, wenn er jetzt zusammenklappen würde vor Momonosuke? Auch hier noch etwas, was ich öfters mal angesagt habe, in Akt 3 muss es keine Tragödie geben. Das steht auch nirgendwo so im Kozuki-Theater. Es ist nur voller Tragik und Drama. Da steht nirgendwo, da passiert ein ganz großes Unheil, womit keiner rechnet. Äh, das ist einfach nur aufgebauscht worden. Ich weiß nicht von wem, da hab ich keine Ahnung, ich möchte mich da auch nicht einmischen, aber ich krieg das öfters halt, äh, gefragt. Deswegen ist der Akt 3, Wano Kuniak, der, so wie er ist halt eigentlich in Ordnung. Wir hatten viel Tragik, wir hatten viel Drama, ähm, passt soweit. Hat Kinemon die Mink-Medizin genommen? Ich glaube, nachdem, was, äh, gesehen haben, was mit Zorro passiert ist, wird keiner diese Medizin angerührt haben. Äh, außerdem, ähm, wäre er dann nicht bei 100% und Kiko dann wahrscheinlich auch, wenn sie sie auch genommen hätte, ähm, aber sie sehen ja noch nicht so wirklich bei 100% aus, sondern sind immer noch ganz schön lädiert. Zorro war ja eigentlich dann direkt wieder erstmal fit. Also sage ich nein. Frage, wie stark kann Momo in der nächsten Zeit werden? Er hat sicherlich genug Trainer, schafft er es jedoch bis zum letzten Krieg viel an Stärke dazu zu gewinnen? Nein. Weil selbst wenn er als der größte Shogun aller Zeiten nicht der krasseste, was Kämpfen betrifft, wird er auch nicht viel krasser werden. Vielleicht wird er so den ein oder anderen Kampf mitführen. Er hat ja auch das arme No Habakiri jetzt an seiner Seite. Das wird er wahrscheinlich auch führen können, aber er wird natürlich kein Kozuki Oden und vor allem nicht in so kurzer Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, der letzte Arc wird zwar für uns noch einige Jahre in der Zukunft liegen, aber in One Piece wird da vielleicht noch ein Jahr passieren und dann ist die Geschichte in dem Sinne halt auch wahrscheinlich erst mal beendet. Deswegen sage ich nein. So ein krasser Kämpfer wird er im letzten Krieg nicht werden, aber ich hoffe doch, dass er zumindest dieses Schwert führen kann. Elji Aji hat gefragt, warum werden Iso und Azura Doji von den anderen so respektlos ignoriert? Denkst du, die beiden leben oder sind tot? Ich denke, ja, wir müssen uns von Azura als das eine Opfer des Krieges verabschieden und Iso wird wieder mit seinem Bruder vereint werden. Ja, wie gesagt, haben wir auch schon bequatscht die ganze Sache. Respektlos würde ich nicht sagen. Es spricht dafür, dass vielleicht sogar beide tot sind. Was soll man da machen? Die liegen dann halt da. Wir werden doch irgendwann so eine Heldenbestattung halt mit beiden machen. Das wäre dann der Respekt, den man denen gibt. Aber es sollte klar sein, dass jetzt erst mal Momonosuke der Shogun wird und dann macht man vielleicht eine Trauerfeier für die Gefallenen oder so etwas. Sind ja auch noch ein paar mehr Gefallen. Weniger eine Frage als meine Meinung. Ich finde, die Strohhut-Crew braucht Yamato nicht. Was? Das ist keine Meinung. Das ist eine böswillige Unterscheidung. Überstellung. Sie erfüllt keine Position in der Crew, wie das eine Carrot zum Beispiel als Ausguck gemacht hätte und zum anderen finde ich den Charakter noch nicht sonderlich gut gelungen. Sie ist perfekt. Ich hoffe, dass Ruffy dann die von dir schon angesprochen sagt, ich will, wenn Yamato und nicht Oden. Denkst du, mit Yamato wäre die Crew dann voll oder kommt da noch wer dazu wie Carrot oder eine andere Person, die man erst noch treffen wird. Carrot ist vollkommen untergegangen, gerade jetzt in den letzten Szenen. Ich denke, man hat hier auch nochmal eigentlich alle drei Charaktere, die eventuell potenziell für die Strohhut-Bande geeignet gewesen wären und die auch einige auf dem Zettel hatten, in diesem Kapitel behandelt. Yamato, die halt zu der Strohhut-Bande gegangen ist und gesagt hat, ich bin jetzt bei euch. Otama, die sich im Grunde für Wano Kuni entschieden hat, gesagt hat, die wollte ja auch mit, ganz am Anfang erinnert euch, wollte ja auch mit Ace mit, wollte bezaubernde Kinoshi werden, hat sich ja entschieden, hey, Wano Kuni, das was mir Hitetsu vor ein paar Jahren versprochen hat, ist eingetroffen, jetzt geht gutes Leben los, ich habe Speed an meiner Seite, die wird meine neue Mami, super duper. Und Momonosuke, der sich hier natürlich offensichtlich dafür entschieden hat, der Shogun von Wano Kuni zu werden, was natürlich auch das Cleverste ist in seiner Situation. Und Carrot, kam die überhaupt vor, in irgendein Panel, wo sie mal kurz gegrinst hat. Nee, Carrot ist, denke ich mal, raus nach diesem Arc. Sie hat ihren Teil getan, kann wieder zu den Minx, kommt in die Strohhut-Großflotte, dann passt das. Anime-Boss, vielen Dank für 5 Euro. Karibu hatte eine größere Rolle spielen können, er hätte zum Beispiel die Waffen oder die Samurai schmuggeln können. Was macht er jetzt? Segelt er mit Kit? Ja gut, wenn Kit ihn haben will, eigentlich mag er ihn ja nicht. Ruffy mag ihn ja eigentlich auch nicht, aber Kit mag ihn noch weniger. Er hat ja diese buchstäblich schleimige Art gehabt, dieses unterwürfige, und der ging ihm ja voll auf den Keks. Also ich glaube nicht, dass Kit ihn haben möchte, vielleicht jemand anders, keine Ahnung. Geht mit Deer Stray zur Marine, wer weiß. Geht mit Scratchman Apu mit oder so, aber es ist höchstwahrscheinlich eher, und das haben wir auch vorhin schon bequatscht, dass er mit der Strohbande reist, weil Ruffy ihm das halt versprochen hat für seine Hilfe in der Udon-Gefängnismine. Ja, wie gesagt, ich will Yamato unbedingt in der Crew haben. Ja, das ist ein Fanwunsch von mir. Ja, seht mir das nach. Auch ich habe manchmal, ihr wisst schon, die Fanbrille auf. Ja, und Yamato ist mein Liebling. Ja, Yamato ist mein Liebling. Sie muss unbedingt in die Crew kommen und tolle weitere Figuren bekommen, vor allem eine Glitter in Clamors. Ja, Band Presto, ihr habt es gehört. Macht mir eine schöne Yamato. Ähm, in diesem Sinn. Ja, ich denke, Yamato macht anderweitig auch gar keinen Sinn. Ja, also nach dieser Sache, sie freut sich so sehr darauf, wenn Ruffy jetzt partout Nein sagen würde. Ich habe es vorhin schon gesagt. Wenn er jetzt sagen würde, nö, ich will nicht mit, wir gehen. Ciao. Wie bitter wäre das für den Charakter. Also so mies kann Ruffy nicht sein. Ja, das würde auch mir so ein bisschen das Herz brechen, gell, Leute. Ich sage es, wie es ist. Ähm, wenn ihr Yamato nicht mögt, ja, keine Ahnung. Ich denke, sie hat, ähm, viele Fans gewonnen, seit sie aufgetreten ist. Ja, ihre Sideboobs haben einen eigenen Fanclub in der SBS Fanpost. Ja, tatsächlich sogar. Ähm, und auch dieser Aufbau im Anime von Yamato, wo sie ja nochmal ein paar erweiterte Szenen bekommen hat. Ähm, das war schon krass. Das war schon krass. Sie hat einen viel besseren Aufbau als Carrot gehabt hat oder so. Und nur weil Carrot mal über das Schiff gehüpft ist und auf dem Ausguck war, ähm, ja, brauchst du den überhaupt? Bei Leuten mit Observationshaki, wie blöder auf dem Schiff, brauchst du da jemanden, der noch weiter gucken kann? Carrot ist cool. Ich mag auch Carrot, ohne Frage. Aber wenn ich die Entscheidung habe zwischen Carrot und Yamato, wird zu, in, in, in jedem Fall Yamato diesen, diesen, äh, Kampf gewinnen für mich. Ja, so, das waren erstmal die Fragen, äh, die ich jetzt vorbereitet hatte. Ich werde natürlich jetzt nochmal aktualisieren, ob ein paar Fragen noch dazu kamen. Ähm, 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 hier kann ich noch eine Frage, äh, sagen, äh, was, was meine ich mit dem Ara-Ara-Moment von, von Nico Robin. Äh, 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 man kann es auch auf, äh, auf YouTube googeln. Tatsächlich gibt es da sogar ein paar Szenen, wo Nico Robin Ara-Ara sagt. Es ist, ähm, etwas, was in der Anime, äh, Szene, äh, bekannt ist für eine ältere Frau, die etwas, ähm, etwas süß findet. Kann man so sagen, ja. Etwas liebevoll süß. Ja, deswegen hatte ich diesen Ara-Ara-Moment bei Nico Robin. Ja, es ist, es ist so eine Art bei älteren Frauen, wobei man bei Nico Robin nicht von einer älteren Frau sprechen kann. Sie ist erst 30 Jahre alt, aber irgendwie hat sie diese Vibes. Ja, da müsste, und, und, und Yamato ist halt nicht gerade viel, äh, jünger als sie. Also, trotzdem, ich hatte diese Vibes. Es ist so, um das halt ein bisschen zu erklären, ja. Ja, so, ähm, haben wir noch was in der Überprüfung? Nein, da haben wir nichts. Das heißt, äh, ich eröffne hiermit die freie Fragerunde für euch, ja. In der Zwischenzeit werde ich jetzt noch mal kurz was trinken und, äh, dann auch noch ein bisschen was erzählen, um die Zeit herumzukriegen. So, ihr haut eure Fragen jetzt rein. Ich hoffe, ihr hattet, äh, die Zeit, die schon mal zu schreiben. Ähm, nochmal der Hinweis darauf, wer es jetzt am Anfang vielleicht nicht mitbekommen hat, äh, es wird ab diese Woche wieder Spoiler-Videos bei mir geben. Ich gebe mich geschlagen, diesen Kampf dort anzusagen. Ist dann, äh, für alle wahrscheinlich viel einfacher. Äh, es wird keine Spoiler im Thumbnail geben, im, im, im Titel genauso wenig. Wer die Spoiler von früher auf meinem Kanal kennt, der wird wissen, worum es geht. Ich werde die Spoiler vorlesen. Ich werde meine Meinung dazu sagen. Vielleicht ein paar Spekulationen, äh, dazu. Und, äh, so werden diese Videos dann ablaufen. Ganz einfach. Und dann habe ich ein bisschen einfacher, wenn ich mir Themen überlege, welche Videos ich für euch mache. Und wir machen weiterhin sonntags die Live-Reaction genauso wie die, ähm, die Review am Sonntag. Weil Spoiler ist eine Sache, aber wir wollen die richtige Übersetzung haben. Das ist wichtig für uns, oder? Wie oft hatten wir da schon hier komische Fragen, die wir nicht nachvollziehen konnten, weil es in der richtigen Übersetzung, ja, glasklar da stand. Aber ihr, ihr könnt gerne lesen, wo ihr wollt. Ich weiß, Wartezeit ist die schlimmste Zeit und vor allem, äh, wenn es um Kapitel geht. Ja, ich kann es auch gerade nicht abwarten, äh, die nächsten Folgen aus der Season zu sehen. Ich muss noch bis Mittwoch warten, ja. Äh, dann kommt, äh, die neue Folge von The Rising of the Shield Hero. Da bin ich aktuell, äh, richtig gecatcht. Und, äh, Kenobi kommt ja auch. Ja, ich bin ja auch großer Star-Wars-Fan, deswegen gucke ich natürlich auch Kenobi. Und, äh, die Season ist ja bald zu Ende. Bin gespannt, wie die eine oder andere Serie ausgeht. Ja gut, bei Spy Family weiß ich das schon. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wie es ausgeht, ähm, weil ich ja die Manga schon vorgelesen habe. Aber bei den anderen kenne ich mich halt nicht aus. Ja. Und, äh, wer weiß, wenn, wenn, äh, nochmal so eine, äh, Szene mit Luke Richters in, äh, ähm, The Dawn of the Witch kommt, dann kommt vielleicht auch die Diabetes zurück. Da kriegt man hin und wieder mal so einen Zuckerschock. Auch wenn der Plot halt absolut, äh, blöd ist. Aber ich guck's weiter. So, kommen wir zu euren Fragen. Ähm, du sagtest in der Review, äh, war dieser Fuchs zu sehen? Wo war das? Im Kapitel hab ich nichts gesehen. Ja, da guckst du nochmal ins Kapitel und da steht ja auch Ringo und natürlich ist er dort in Ringo, der Fuchs. Und wenn ihr genau aufpasst, da ist auch irgendwo Pandaman. In der Live-Reaction hab ich drauf hingewiesen, wo er war. Er ist halt nicht mehr verfügbar. Ihr wisst, ich, äh, mach die, äh, Live-Reaction. Sobald die Review da ist, äh, lösche ich die, weil, äh, Copyright Grauzone, ihr wisst Bescheid. Ähm, da halte ich mich dran. Ja. Sehe schon kommen, falls Ruffy Yamato ablehnt, schleicht sie sich aufs Schiff, wie bei Robin. Naja, gut, die hat sich ja aufs Schiff geschlichen, bevor sie, äh, gesagt hat, dass sie jetzt bei euch mitsegelt. Äh, hat's ja nicht im Vorderrein angekündigt. Aber, ähm, hier haben wir auch Parallelen. Bei Carrot hat's ja auch genauso gemacht. Auf einmal war sie auf dem Schiff. Und auch bei, äh, Yamato kann ich mir das vorstellen. Wie gesagt, vielleicht bekommen wir so diesen Oden-Moment, wie bei Whitebeard. Es muss halt nur irgendwie diese ganze Geschichte durch das Wasser ziehen, irgendwie, äh, äh, umgangen werden. Ja, vielleicht bindet sie sich an den Mast oder so etwas. Wär ja witzig. Äh, wo du gerade die Spoiler erwähnst, gerade eben sind die ersten Spoiler draußen bei Twitter. Ja, das ist auch der Grund, warum ich diese Videos ab morgen wieder machen werde. Weil, ähm, ich hab sie Stand jetzt nicht gelesen. Tut mir leid. Ja. Die, ich mein, die meisten Aussagen, die ich heute getroffen habe, die sind auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit gefallen. Also, für die Leute, die denken, ich hätte sie schon gelesen. Ich werde sie wahrscheinlich jetzt im Anschluss des Streams lesen und werde dann morgen ein Video dafür aufnehmen. Vielleicht kommt dann auch noch was dazu. Ist ja meistens immer so, dass da erst ein paar Spoiler kommen. Aber, ja, ist, ist halt das Ding. Das ist der Hauptgrund dafür. Wenn, wenn das jetzt wieder anfängt, dass montags die Spoiler kommen, wie kann ich dann noch Content kreieren? Ja, ich hab's am Anfang des Videos erklärt. Ich denke, da kann jeder zufrieden sein. Ja, ich, ich nehme Rücksicht auf euch. Ihr wisst Bescheid. Glaubst du, die All-Stars und Flying Six werden freiwillig Wano verlassen? Ja, was sollen sie denn noch auf Wano? Vielleicht sind ja auch ein paar schon weg. Ich denke da mal so an Queen. Vielleicht ist er ja wirklich so weit getreten worden von Sanji, dass er irgendwo anders da gelandet ist. Ähm, die meisten waren eigene Kapitäne. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also, gerade wurde ja so die meisten von den Topiropo so vorgestellt. Vielleicht ziehen die wieder weiter. Ja, und die müssen halt weg. Was sollen sie denn am Ende noch machen? Die sind ja auch alle besiegt. Das heißt, bis sie erholt sind, sind ja auch die Strohhutbanden-Mitglieder wieder fit und dann haben sie keine Chance mehr ohne Kaido. Sollte doch klar sein. Ähm, hat Marco nicht noch Infos von, äh, außerhalb von Wano Kuni? Würde ich jetzt nicht sagen, dass er irgendwas mitbekommen hat, was in der Welt so großartig passiert ist. Kann aber natürlich sein. Ich denke aber doch noch, dass er irgendetwas, äh, zu besprechen hat mit Ruffy. Die, äh, also, seine Story ist hier noch nicht beendet, finde ich. Ähm, Basafisch. Äh, glaube und hoffe, dass Yamato als Beschützerin auf Wano im Auftrag von Ruffy bleibt und somit das macht, was Oden hätte machen sollen. Ja, vielen Dank für die 499, aber ich hoffe es eigentlich nicht. Äh, denn sie will ja weg aus Wano. Sie war ja Gefangene in Wano. Ihr erinnert euch, ja, mit, mit den Handschellen. Und, äh, Kaido hat ja gesagt, hey, äh, wenn, wenn du Wano verlässt, explodieren die. Und sie hat es ja eigentlich gar nicht geglaubt, ja. Deswegen war sie ja dann nochmal extrem sauer auf Kaido, als sie gesehen hat, dass die tatsächlich explodieren und er das in Kauf genommen hätte bei seiner eigenen Tochter. Äh, sie hat es bei Ace schon gehofft, dass sie ihn mitnimmt und hat gesagt, hey, wenn Ace zurückkommt, äh, dann, dann, dann komme ich endlich weg hier von Wano Kuni. Und im Anime hat man ja gesehen, wie traurig sie war, als diese Wifre-Card verbrannt ist von ihm. Ähm, das kannst du ihr nicht nochmal antworten. Ja, also, nee. Klar, sie hätte wahrscheinlich jetzt kein schlechteres Leben, wahrscheinlich sogar ein besseres Leben auf Wano Kuni, aber wir sind in One Piece, Leute. Seine Träume nicht zu verfolgen. In einer Welt, wo Piraten immer träumen müssen. Erinnert euch an die Rede von Blackbeard? Das wäre schon bitter, oder? Das wäre schon bitter. Von Ruffy zu sowas gezwungen zu werden, ich glaube, das wäre auch uncool für Ruffy. Ähm, äh, Robins Auftritt in der Folge gesehen, ihre Schelle gegen Black Maria. Ja, ich habe natürlich die Folge gesehen und an der Stelle kann ich mal darauf hinweisen, Leute, folgt mir doch auf Twitter. Denn dort mache ich wirklich ganz kleine Reviews zu jeder Folge-Anime, die ich schaue. Die aktuelle Season, ich habe jetzt letzte Woche Konosuba durchgeschaut, äh, das wollte ich noch hinbekommen, bevor mein Aniverse sich verlängert hätte. Und natürlich auch sonntags die One Piece-Folge. Allerdings komme ich da nicht irgendwie dazu, dass ich die schon morgens um 10 Uhr oder um 9 Uhr, wann sie veröffentlicht gucke. Aber meistens gucke ich sie vor der Live-Reaction, also rechnet einfach mal danach. Ja, diesen Sonntag war ich im Fitnessstudio, da hat sich sowieso alles ein bisschen nach hinten verschoben, aber ich habe sie noch vorher geguckt. Hat mir allgemein besser gefallen als Folge 1019. Und bei der Live-Reaction haben wir es ja jetzt auch mal so eingeführt, dass wir dort ein bisschen über die aktuelle Folge quatschen. Also, wer auch da Interesse hat, äh, das findet jetzt auch dort statt. Ähm, ich sage jetzt nichts zu den Spoilern. Ähm, ich will da auch nichts prediken. Also, wenn man anfängt, Spoiler zu prediken, äh, schwierig. Ähm, wahrscheinlich steht da, das ist vielleicht eine Sache, ähm, oder Break. Nach dem nächsten Kapitel oder Break. Das würde ich jetzt so predikten, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass dieser stattfinden wird. Ähm, 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 ne, sagt mir nix. Wie fandest du Tamas Elternverlust-Panel? War auch nix vorher bekannt. Das ist richtig. Ähm, da ist vielleicht sogar noch ein kleiner Hinweis versteckt, äh, zu einer ganz alten Theorie, die es mal gab. Äh, das war ja diese Kurozumi-Tama-Geschichte. Also, dass sie auch zum Kurozumi-Clan gehört. Äh, zumindest passen ja die Haarfarben zusammen. Aber was heißt da schon in One Piece? Ich weise ja immer darauf hin, dass gerade so etwas eigentlich nichts sagend ist. Ähm, aber auf diesem Grabstein muss irgendetwas mit Kuro stehen. Also Schwarz-Andrazit übersetzt. Äh, ich hab jetzt auch schon zwei Leute gefragt. Unter anderem Greg Werner und Stephen Paul. Ähm, Stephen Paul macht ja die offizielle Übersetzung vom Japanischen ins Englische. Ähm, mal gucken. Vielleicht antwortet mir einer von beiden. Ich hab bei Greg Werner ein bisschen mehr die Hoffnung, weil mit Stephen Paul hatte ich vorher noch nichts zu tun. Ähm, bin gespannt. Aber das wäre jetzt etwas, was ich dann wahrscheinlich in den nächsten, ähm, sofern das sowieso nicht schon in den Spoilern erklärt wird oder so, keine Ahnung, äh, dann als Video nochmal bringen. Ähm, ja, diese Theorie nochmal aufgreifen von damals und dass sie vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und dann nochmal die Parallelen ziehen zwischen Tama und Orochi. Äh, fandest du cool, wenn Big Mom Piraten gegen die Weltregierungsflotte kämpfen würden und dies wirklich zwei bis drei Chapter gehen würde, Smoothie, etc. in Action? Würde ich sehr cool finden, aber ich glaub nicht, dass es passieren wird, weil es macht ja für beide Seiten absolut keinen Sinn, sich gegenseitig zu bekämpfen. Ja, die Weltregierung ist ja jetzt nicht die Marine. Die Marine würde sagen, okay, oh, hier, Big Mom Piraten, die müssen wir angreifen, die müssen wir gefangen nehmen. Aber der Marine wird es ja wahrscheinlich irgendwie so egal sein. Ja, die denken sich halt auch, okay, wir haben jetzt sowieso schon hier Probleme, wir müssen weg, äh, warum sollen wir uns jetzt da noch drum kümmern? Ja, Marine und Weltregierung gehören zwar zusammen, aber sie sind eigentlich gedrennte Organisationen, das darf man nicht vergessen. Auch wenn sie ein bisschen unter der Fuchtel der Weltregierung stehen. Aber das war ja nicht immer so. Und, äh, ich bin ja noch großer Fan davon, dass es da noch mal zu einem Bruch kommen könnte. Aber Peros-Pero-Szenen gegen Wanda und Carrot war ausgeschmückt, oder? Die waren ausgeschmückt, haben mir aber sehr gut gefallen. Äh, in der Folge diese Rolle-Rudi-Geschichte, äh, am Anfang mit, mit Sanji hat mir nicht gefallen, muss ich dazu sagen. Aber die, die Szenen mit Peros-Pero und Wanda und Carrot, die waren schon ganz cool. Na, die waren auch ausgeschmückt. Wir haben ja gar nichts von diesem Kampf im Manga gesehen. Aber das ist ja auch das, was ich euch auch immer wieder mal gesagt habe, gell. Bewertet die Kämpfe, nachdem ihr sie im Anime gesehen habt. Da wird halt ein bisschen mehr ausgeschmückt. Da sieht man ein bisschen was. Und ich hoffe natürlich, äh, dass es dann coole Kämpfe sind und nicht dieses, wo so zwei Charaktere gegeneinander prallen die ganze Zeit, um dann einen Kampf zu simulieren, wie es jetzt in der Folge mit, äh, Marco und King gewesen sind, ja. Finde ich ein bisschen lahm. Ja, gut, um ein bisschen Action zu zeigen, aber dann zeigt mir das zweimal und blende über zur nächsten Szene. Ähm, ja. Ja, keine Pause laut Spoilern. Ja gut, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir hatten jetzt, äh, nach Kapitel, ähm, 1052 war das dritte Kapitel. Dann macht Oda in der Regel eine Pause. Würde mich wundern, wenn er es nicht tun würde. Na, ich finde, das hat er sich auch verdient. Ich finde, jeder Mangaka in der Jump hat das verdient. Ist ja mal so ein kleiner Funfact. Nicht nur Oda. Gut, da denkt man immer an die Gesundheit, aber das ist ja aktuell gar nicht so akut bei ihm. Ähm, aber, vor allem für die Manga-Fans, denen erzähle ich hier nichts Neues, gell. Also, wenn ihr Manga lest, jetzt beispielsweise My Hero Academia oder auch Jujutsu Kaisen oder, ähm, wo war es dem Letzten noch? Ich glaube, es war in irgendeinem, ähm, Manga, wo, wo, äh, wo es ein bisschen um Romance ging, ich weiß es nicht mehr genau, was ich da gelesen habe, äh, auf den Editor-Seiten, ja, diese kleinen Hinweise, wo sie dann immer darauf eingehen, hey, äh, die müssen die Manuskripte abliefern, die müssen ihre Timelines einhalten und sie haben alle Probleme damit, weil es halt wirklich ein sehr, sehr geringes Zeitfenster ist, wann die Manga kann abliefern, äh, dürfen. Ah, mir fällt es ein, es war kein Manga, wo ich es gesehen habe, es war der Anime The Great Jahisama Will Not Be Defeated aus der letzten Season. Äh, den habe ich geguckt, das ist eigentlich ganz witzig, da, äh, hat er, die, die Mangaka sich ja selbst als Jai dargestellt, die dann auch immer von den Editoren und den, ähm, den Produzenten dann immer gezwungen wird, die Manuskripte schneller zu liefern und jetzt endlich mal beizukommen mit den neuen Manuskripten. Also, das ist schon ein Knochenjob, Mangaka zu sein, sicherlich kein Traumjob, zumindest nicht in Japan. Und wenn du so eine ongoing Serie hast, deswegen gönne ich jedem Mangaka eine Pause und, hey, auch, äh, der Mangaka von Hunter Hunter hatte eine lange Pause und jetzt kommen neue Kapitel, ich freue mich drauf. Ähm, ja. So, ähm, ist Moles Schatz vom, ähm, gut, ich kenne den Anime nicht, gell, keine Ahnung. Ähm, du hast den Fuchs entdeckt, ja, ist nicht schwierig. Jetzt brauchst du nur noch Pandaman finden. Ähm, ja, wie gesagt, ich werde ab morgen dann halt auch, äh, wieder Spoiler-Videos machen. Ähm, ich hoffe, ihr freut euch drauf und für die, die es nicht interessiert, skippt einfach das Video. Ist ja nicht so schlimm dann, ja. Wie gesagt, ich hab's anderthalb Jahre jetzt versucht, 50 Kapitel lang, hab ich's nicht gemacht, äh, ist ein guter Zeitpunkt jetzt, vielleicht wieder anzufangen, ja. Ist für mich dann einfacher, komplett, ähm, ja, man muss sich auch nicht zu viele große Steine in den Weg legen, denke ich auch. ja. Mir wär's lieber, es nicht zu machen, aber, naja. Ähm, ja, es sind viele auf digital umgestiegen beim, beim Manga-Zeichen, aber es ist halt trotzdem immer noch ein, noch ein Knochen-Job, gell, also, es ist halt so. Also, vielleicht sind, gibt's auch ein paar, die, die das voll drauf haben. Ich mein, ich mein, jeder Mensch ist unterschiedlich, äh, die dann ohne Probleme abliefern, äh, am Fließband, aber es gibt halt auch viele, die da halt, äh, unter dem Druck dann halt auch kaputt gehen. Das find ich immer ein bisschen schade. Und deswegen sage ich halt, gönnt denen halt ne Pause. Was soll denn das, gell, also, Hauptsache, das Werk kommt halt weiterhin. Mir würde es auch nichts ausmachen, wenn One Piece monatlich erscheinen würde. Wären halt dann natürlich größere Kapitel, oder, immer alle zwei Wochen. Ich hätte nix dagegen. Klar, man will so viel One Piece haben wie möglich, aber, äh, wenn die Qualität dann weiterhin stimmt, ist doch auch alles okay. Dann hat man auch mehr Zeit und ein bisschen mehr Luft dazwischen, halt auch mal hier und da ein anderes Video zu machen. Ähm, habe ich das Go Fest gespielt? Nein. Gar keine Zeit dafür gehabt. Ähm, nee. Ähm, wie gesagt, ich habe, äh, die, die letzten Tage, also jetzt so Donnerstag, Freitag, Samstag, Konosuba durchgeschaut. Das waren 20 Folgen und der Film. Ähm, das hat Zeit gekostet. Jetzt am, also heute hätte sich dann mein, mein Anniverse verlängert. Das wollte ich nicht. Ich muss auch ein bisschen Geld sparen. Ich bin nicht reich, auch wenn andere Leute das mal behaupten. Ähm, und, äh, dann am Sonntag war ich ja im Fitnessstudio. Also da hatte ich dann auch keine Zeit dann dafür. Ähm, und Live Reaction, ihr wisst Bescheid. Ja, sonntags bin ich auf, äh, Twitch online. Genau, wir wollen auch alle Freizeit und Urlauben, wollen nicht drauf verzichten. Und bei denen ist es halt genauso. Äh, wird man Udon zerstören? Was denkst du? Naja, Udon ist ja nicht mehr als diese, äh, Gefängnismine. Aber ja, Momonoska hat es ja schon angekündigt, dass, äh, 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 das, das Verderben, also das, das Ausnutzen des Landes ja jetzt, äh, ein Ende hat. Wir werden nicht mehr zulassen, dass unser Land vergiftet wird. Äh, von daher gehe ich davon aus, dass diese Gefängnismine natürlich auch dann nicht weiter existiert. Sofern die halt eine Fabrik ist. Weil es ist ja eigentlich nur eine Mine. Eine Mine kann man ja weiterhin gebrauchen und weiterhin das abbauen, aber dann halt als Job. Und da hat er ja auch was dazu gesagt, es wird keine Sklaverei mehr geben. Und ich denke auch, äh, da ja die meisten dort, man könnte sagen, politische Gefangene waren, die dort gearbeitet haben, ähm, jo, vielleicht wird es dann richtige Arbeiter geben, die dann auch richtig bezahlt werden. Ähm, könnte ja weiter existieren. Ich denke, mit den Fabriken, die abgeschlossen werden, sind halt dann diese Waffenfabriken gemeint. Aber das war ja die Udon-Gefängnismine in dem Sinn nicht. Ähm, vielleicht weißt du, welche Frucht Hiyori. Ich bin der Meinung, dass sie so eine Art Blüh-Blüh-Frucht, immer wenn sie Musik spielt, blühen Blumen immer wieder. Also, soviel wir wissen, hat Hiyori gar keine Teufelsfrucht. Wo soll sie die auch her haben? Also, dass da immer Blüten dann kommen, wenn sie spielt, das ist halt einfach so eine Sache. Ja, ich meine, wir haben ja auch von, bei Momonosuke, von Blüten, die waren ja die Reden, auf einmal sind die aufgetaucht, was ja eigentlich auch nicht funktioniert. Ich glaube, das ist nicht wirklich etwas, was tatsächlich passiert, sondern einfach nur eine Darstellung ist. Eine Version. So wie halt, wir auch Noten sehen und so etwas. Ähm, ja. Meine Meinung zu Ushimaru, war ein cooler Typ. Ist halt leider tot und für viele halt auch leider nicht der Vater von, von, von Zorro geworden. Aber, ja, ist ein cooler Typ gewesen. ein ehrenvoller Samurai, kann man nichts Schlechtes darüber sagen. Ähm, äh, war das derselbe Friedhof bei Tamas Eltern, wo Ryuma liegt und die Gräber von Momo und so standen? Ähm, das, das, das sind, allein schon da schon zwei verschiedene Friedhöfe. Die, ähm, die Gräber von Momo und Co., die standen ja beim Schloss Oden oben. Dort hat ja Ruffy und Co. die ja auch erst entdeckt. Das Grab von Ryuma ist natürlich in Ringo, weil er ist ja auch vom Shimotsuki-Clan, gehört er natürlich auch nach Ringo. Und da Tama auch ein Mädchen aus Kuri ist, gehe ich mal stark davon aus, dass ihre Gräber auch in Kuri sind. Ja. Ja. Hab ich, äh, ob du richtig gehört hast, dass ich wieder Spoiler bringen werde? Ja. Hab ich auch am Anfang erklärt, auch warum. Ähm, Ist es so, dass Frucht von Toki komplett aus der Geschichte verschwunden ist? Wissen wir noch nicht. Ich hab das ja in einem Video vor kurzem ja mal klar gemacht. Äh, eine Teufelsfrucht, das ist so ein bisschen etwas, was viele, ähm, missverstehen, kann, sobald der Teufelsfruchtnutzer stirbt, überall auf der Welt wieder erscheinen. Das ist auch so, wie wir es erklärt bekommen haben, von diesem Schergen von Doflamingo, der das ja erklärt hat mit der Merameranomie. Wenn ein Teufelsfruchtnutzer stirbt, kann es irgendwo auf der Welt neu erscheinen. Das Missverständnis ist natürlich verständlich, weil wir es ja bei der, ähm, bei der Sarasaranomie, ähm, Modell Acelotl gesehen haben, bei Smiley, wo es direkt in der Nähe wieder nachgespawnt ist. Aber dazu hab ich ja auch eine Theorie genannt, dass eine Teufelsfrucht zwar überall auf der Welt wieder erscheinen kann, aber immer in dieselbe Frucht gehen muss. Heißt, wenn die Teufelsfrucht aussieht wie eine Banane, muss es natürlich wieder in der Banane. In dem Fall wäre das die, die Kuckuckfrucht-Modell-Giraffe, die, ähm, ähm, Kaku gegessen hat. Gern? Also die, die fällt mir immer als erstes ein, weil sie halt doch etwas besonders ist. Man könnte auch, äh, die Teufelsfrucht von, ähm, von Crocodile nehmen. Äh, äh, die hat nämlich so eine Kaktus-Kürbis, äh, also Kaktusfrucht-Kürbis-Form, ähm, äh, muss halt auch dann immer da hingehen. Was eigentlich cool ist. Das könnte eigentlich bedeuten, dass die Frucht immer, vielleicht sogar in Alabaster in der Wüste wieder erblüht. Oder halt, äh, in ähnlichen Inseln. Ja, aber das ist auch nur eine Theorie. Bestätigt ist da noch nichts. Äh, was aber halt, äh, Fakt ist, eine Teufelsfrucht kann wieder überall entstehen. Als Toki damals gestorben ist, ist die Teufelsfrucht vielleicht, keine Ahnung, irgendwo wieder gespawnt. Vielleicht hat sie auch bisher nie jemand gefunden, weil sie irgendwo in einem Dschungel ist oder so etwas. Wir dürfen ja nicht vergessen, Toki kommt nicht ursprünglich aus Wano Kuni. Ja, sie ist ja irgendwo aufgegabelt worden von, von Oden und von Whitebeard. Ähm, und sie war ja auf dem Weg nach Wano. Vielleicht existiert diese Frucht nicht dort. Und dort, wo sie halt ursprünglich auch mal herkam, wird die Frucht dann halt auch wieder erscheinen. Also auch das ist eine gute Möglichkeit. Ähm, aber man, man, man soll, man, man darf nicht davon ausgehen, dass die Teufelsfrucht halt direkt in unmittelbarer Nähe, ähm, wieder erscheint. Die Möglichkeit besteht, muss aber nicht, ja. Es ist eine sehr geringe Chance halt, gell, aber auch nicht unmöglich. Können Teufelsfrüchte zerstört werden? Interessante Frage. Vielleicht ja. Aber auch das, äh, ist dann immer ein bisschen schwierig. Ich denke halt jetzt so an die, äh, äh, buchstäbliche Zerstörung, ja. Ja, quasi so, äh, kennt ihr das so? In ein paar Animes ist das zu sehen. Und Manga, wenn die, äh, Wassermelonen mit an den Strand nehmen und dann haben die meistens so einen Stock und hauen auf diese Wassermelone drauf, damit sie zerbricht. Und dann essen sie halt diese Stücke. Ähm, daran habe ich jetzt auch gedacht, äh, aber vielleicht kann man dann immer noch ein Stück davon essen, jetzt im Beispiel dieser Melone und dann hätte man ja die Teufelskraft, würde halt noch funktionieren. Und, äh, ich denke, die Frage geht in die gleiche Richtung, wie können Teufelsfrüchte verderben? Und da glaube ich nämlich nicht daran, weil die werden oft in Kisten aufbewahrt und ja auch gehandelt, sind dann schon irgendetwas Besonderes. Ja, aber könnte durch eine Zerstörung tatsächlich dazu kommen, dass sie halt unbrauchbar wird und nicht mehr gegessen werden kann. Aber ich denke, da muss man halt noch mal, ähm, äh, genauer hinhauen. Ja. Ja. Hättest du es für möglich, dass Vegapunk bei sich zu Hause oder in einem Labor eine riesige Teufelsfruchtsammlung hat? Wird nicht ausschließen, dass der ein paar da hat, gell, um daran zu forschen, gell. Ich meine, wäre logisch. Ähm, kommt aber auch darauf an, ob er da überhaupt noch ein großes Interesse hat. Vielleicht hat er das Ganze alles schon entschlüsselt oder hat er ja was angeteast in der Fanpost, dass der alles weiß. Wenn man alles weiß, warum soll man da noch dran arbeiten, gell. Ähm, vielleicht auch nicht. Aber, ja, also möglich wäre das. Aber vielleicht hat er ja nur ein paar, die dann halt sowieso irrelevant sind. Aber dann hätten wir wieder ein paar neue Designs. Verbrennen wäre eventuell eine Möglichkeit. Ja, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das so ganz funktioniert. Ähm, denn wir haben ja diesen Teekessel, ja, der die Tanuki-Frucht gegessen hat. Erinnert ihr euch? Ja, den haben viele nicht gesehen. Der stand bei Hitetsu. Das war sein Teekessel. Und ich habe mich immer gefragt, hey, wie ist der Teekessel, äh, zu diesem Tanuki halt geworden, zu dieser Teufelsfrucht. Ähm, weil Vegapunk kann es ja nicht gewesen sein. Ja, wir wissen, Vegapunk kann Gegenstände mit Teufelsfrüchten, ähm, verbinden. Aber wie war das jetzt mit dem Teekessel? Die logischste Erklärung, die ich mir ausgedacht habe, ist halt, dass Hitetsu die Frucht gefunden hat und gedacht, ich koche jetzt einen Tee damit, weil mit einer Frucht coole Tee machen. Und, äh, dadurch, dass dann halt dieser Tee in diesem Kessel gekocht wurde, äh, dann der, der Teekessel, das sind ja auch meistens so Tongefäße, dann so ein bisschen was davon aufgenommen hat und dadurch dann halt die Teufelskraft bekommen hat. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja, ob danach Hitetsu noch den Tee gedrucken hat, sie sollen ja nicht so gut schmecken, vielleicht hat er ihn direkt wieder ausgespuckt. Aber wäre ja dann eh geil gewesen, weil die Teufelskraft ja schon auf den Teekessel übergegangen ist. Wir wissen ja, nur der erste Bissen zählt bei der Teufelskraft. Äh, dieses Schwert, was Ruffy am Anfang hatte, wird das wohl noch nicht mehr relevant oder was denkst du? Ich hoffe natürlich, dass es doch nochmal eine Relevanz bekommt, aber Hoffnung wird geringer. Ja, umso, ne, umso schneller wir zum Ende des Arcs kommen, umso weniger ist halt die Hoffnung, dass das nochmal relevant werden könnte. Ich frage mich auch, was passiert, wenn die Seele der Teufelsfrucht in eine neue Frucht übergeht, in der ein Wurm lebt und der Wurm dann davon knabbert. Naja gut, das könnte man ja eigentlich damit lösen, dass die Teufelsfrucht nur in eine unbeschadene Frucht, also eine unbedenkliche Frucht gehen kann. Auch das wäre dann vielleicht wieder so ein Gesetz, aber auch da sind wir im Bereich der Spekulation. Was glaubst du, könnte Warpuls Teufelsfrucht mit seiner Kraft kombinieren? Ja, so ziemlich eigentlich alles, was er geschafft hat. Er hat ja auch das Wapometall erschaffen dadurch. Ja, ist eine coole Frucht. Ist dann bei den echten Früchten auch nur ein Biss theoretisch notwendig, wie bei den Smile-Früchten? Tatsächlich ist das so. Auch hier empfehle ich euch den Ace-Manga und die Ace-Novell. Dort wird das nämlich eins zu eins erklärt, denn Ace und Masked Doos sind ja auf einer einsamen Insel, auf Sixes, und dort haben sie ja nichts zu essen und deswegen gehen sie auch teilweise aufeinander los beziehungsweise Masked Doos geht auf Ace los und Ace, weil er halt denkt, Ace, der das ein bisschen besser durchhält, dieses ohne Essen Auskommen, als er, hätte da irgendwie Essen gefunden und ihm das verheimlicht und dann finden sie die Mera-Mera-No-Me und da Masked Doos sie schuldig fühlt, sagt er halt, hey, hier Ace, du isst sie alleine und dann beißen sie eigentlich fast gleichzeitig rein, aber Ace beißt halt früher rein, deswegen hat er die Feuerfrucht und Masked Doos halt eine schlecht schmeckende Frucht gegessen. Ja. Warum haben die fünf Weisen nicht früher etwas gegen Ruffy unternommen, wegen der Frucht? Ist dasselbe wie fast bei jedem Anime, oder? Warum hat man bei Attack on Titan Paradies nicht direkt mit diesen Luftschiffen bombardiert und kaputt gemacht? Die hatten doch gar keine Ahnung, was da abgeht, ja, oder hätte noch mehr Titanen geschickt oder so, also man hätte auch Paradies viel schneller töten können, weil ja kaum jemand irgendwie gewusst hat, wie man die Walze auslösen kann. Auch so ein Plot-Toll, ja. Natürlich, das ist ein ganz normaler Shonen. Der hat halt diese Regeln. Man bringt die Helden nicht am Anfang direkt um. Und ich denke, das haben wir auch schon so oft durchgequatscht, das Thema. Daher würde ich sagen, einfach mal in die alten Q&A's reinhören, ja. 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 Ich denke, das ist jetzt mittlerweile so lange schon her, das ist nicht mehr so ein großer Spoiler. Wird das nur ein simples Thumbnail für die Spoiler? Hab das nicht ganz mitbekommen und hier wiederhole ich mich nochmal, natürlich, wer die alten Thumbnails von mir kennt bei den Spoiler-Videos, die werden genauso sein. Ja. Da kommt, steht Spoiler, da steht das Kapitel, da kommt irgendein Render drauf, der mir gerade gefällt und der neutral ist. Ja. Aber sagt jetzt nicht, da ist jetzt ein Ruffy-Render drauf, irgendwas passiert mit Ruffy in den Spoilern, das war ein Spoiler. Jo. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. So. Was haben wir da noch? Ähm. Gut. Ich hab's denn noch nicht gelesen, die Spoiler, hab ich auch am Anfang gesagt. Wie gesagt, ich werd das erst ab morgen angehen oder vielleicht nach dem Stream. Ich wollte den heute noch unbelastet vorgehen und hoffe, dass es dann ab nächster Woche oder übernächster Woche dann erst wieder Dienstag soweit ist. Die haben ja auch versucht, Ruffy loszuwerden, immer mal wieder, wieder. Na klar, versucht haben sie's, aber am Ende ist er der Held, gell? Also, der stirbt halt nicht in der Regel in der Story. Aber man kann das halt quasi auf fast alles, auf fast jeden Shonen anwenden und sagen, warum hat man nicht schon früher gehandelt, warum hat man nicht schon früher getötet. Es ist halt, ja, ich find, das ist kein Plateau. Ähm. Ja. Ja, natürlich gibt es dann auch bei Attack on Titan ähm, wieder Argumente, warum sie's nicht getan hätten, aber natürlich, man hätte es, ähm, machen können. Ja. Wie gesagt, ich, ich, ich werde Spoiler-Videos machen, aber es wird kein Spoiler in Thumbnail oder Titel geben, das heißt, wenn ihr das Video nicht schaut und höchstwahrscheinlich auch nicht in den ersten 30 Sekunden von diesem Video, ähm, wenn ihr dann mehr schaut, seid ihr selbst dran schuld, wenn ihr gespoilert wurde. Ich mein, ihr wisst, wie ich sie früher gemacht hab, zumindest die meisten wissen das und dann bleibt das halt auch spoilerfrei, aber die Gründe hab ich am Anfang genannt und, äh, auch schon vor dem Stream. Ähm, der nächste Arc wird Sabo befreien, was denkst du? Also, ja, wenn, wenn es ohne die Strohbande abläuft, ich glaube halt nicht, dass es Ruffy tun wird, sofern er im Impel Down sitzt, da müsste er schon irgendwo anders da sein. Ähm, ich denke mal, dass du die schlicht nicht damit gerechnet hast, dass der die wieder erwecken kann, die sagten ja auch, dass die Zeit Jahrhunderten nicht mehr erweckt wurde. Ist auch, da haben wir halt wieder auch ein Argument, ja, vielleicht haben sie einfach nicht damit gerechnet, dass es funktioniert, weil es halt Zeit Joyboy nicht mehr vorgekommen ist, wahrscheinlich. Ähm, äh, kann eine Teufelsfrucht durch Blackbeardsfrucht herausgezogen werden, ohne dass der aktuelle Besitzer stirbt? Höchstwahrscheinlich nicht, denn wir haben nur zwei Fälle davon gehabt und beides Mal ist halt der Teufelsfruchtnutzer gestorben. Also, scheinbar nicht. Aber annulliert kann sie durch die Yamijaminomie werden. Glaubst du, dass Shanks in den nächsten fünf Kapiteln auftauchen wird? Keine Ahnung, vielleicht, weiß es nicht, muss nicht sein, möglich. Äh, nun bis Ende Alabaster kannten die Fünf Weisen Ruffy nicht. Nach Enis Lobby ging ja gar bloß und verarschte Sengok und nachdem musste man sich auf Whitebeard konzentrieren. Ja, es gibt definitiv Argumente dafür, warum Ruffy halt nicht getötet worden ist, ja. Zu sagen, die haben das nicht gemacht und deswegen ist das schlecht, ist halt einfach, ja, kann man machen. Aber das ist dasselbe wie ich, das, was ich jetzt gerade über Tech und Titan gesagt habe. Man kann das sagen, aber es macht halt auch irgendwo keinen Sinn. Wie ist das mit dem Oder-Mitarbeiter-Interview? Naja, so großes Interesse hatte das sowieso nicht, von daher weiß ich auch gar nicht, ob das dieses Jahr überhaupt noch stattfinden könnte, weil, äh, war letztes Jahr schon nicht so, äh, bralle. Ich rede jetzt nicht mal von den Klickzahlen oder so etwas. Äh, Greg Werner hat sich auch wegen der Toxität, äh, von Twitter zurückgezogen. ähm, ja, am Ende habe ich 35 Videos, die, die, die viele Leute sehen wollen, statt ein Video, was vielleicht ein paar Leute sehen wollen. Also, wir haben ihn doch auch sowieso das meiste schon gefragt. Und er hat selbst zu mir gesagt damals, äh, jo, mach, mach wie du denkst. Also, naja. Wie gesagt, ich, äh, schwimme nur mit dem Strom. Ähm, 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 ob Zeus eine Teufelsfrotte essen könnte, ähm, ja, theoretisch wäre das vielleicht sogar möglich. Aber wäre dann auch wieder vielleicht ein bisschen zu overpowered. Ja. Kennst du zufällig die Theorie, dass Ryu Kusho aus Wano Kuni kommen soll, Green Bull als Name und Shimotsuki einen grünen Bullen auf dem Gewand hatte, da er eine Nachfahre sein könnte und wegen Wano nichts isst? Nö, weil, der soll ja ein Monster sein, laut Doflamingo. Wenn er wirklich da eine Vergangenheit in Wano Kuni hat und weiß, was dort abläuft, hätte er vielleicht schon früher reagieren können. Außerdem ist Wano kein Teil der Weltregierung. Es ist halt fraglich, ob sie von dort Leute nehmen würden für die Marine. Des Weiteren wurde ja gesagt, dass Fujitora und Ryukukyo von der weltweiten Marine rekrutiert worden sind. Also, nee, es spricht eigentlich mehr dagegen als dafür, dass er aus Wano Kuni kommt. Und außerdem hätten wir ihn ja dann irgendwo erwähnt werden müssen. Oder er ist ja ein krasser Typ. Man hört aber raus, dass du da nicht so glücklich drüber bist. Ja, wie gesagt, ich sehe es dann positiv und ziehe da auch die positiven Schlüsse daraus. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt genug da in dem Thema in diesem Aufnahme geredet. Ich werde da auch nochmal einen Community-Post machen und ich werde es auch morgen unter die Spoiler schreiben. Ja, ich denke, viele werden sich freuen. Ein paar wird es aufregen, aber die können es vielleicht sogar ignorieren und dann ist das Thema wahrscheinlich wirklich durch. Ich hatte gedacht, wir hätten es mit der Umfrage jetzt durch, das Thema, aber heute wieder, dass die Spoiler wieder raus sind und es haben auch im Chat wieder drauf hingewiesen, viele Leute. Viele Leute wollen immer, dass ich drauf eingehe, auch im Twitch-Chat und so etwas. Das Thema wird nie ein Ende nehmen, also kann ich mich auch fügen. Ich bin besiegt, Leute, ja, ich gestehe diese Niederlage ein, es hat nicht funktioniert und dann passt das halt so. Wie sieht es mit einem neuen Video mit O'Hara aus? Er hat mir gesagt, dass er im Sommer wieder mehr Zeit hat. Ich werde da auch die nächsten Wochen da ihn nochmal anschreiben, mal gucken, was er dann sagt, wann er Zeit hat und dann passt das. Ja, ich kenne Roman's Dusk. Verfolge sein Content nicht so regelmäßig, aber ich verfolge kaum One-Piece-Content regelmäßig. Ja, also, ich gucke halt andere Sachen. Aber es ist okay, ist okay. An der Stelle könnte man sagen, viele Leute haben mich gefragt, mach doch mal ein Video zu allen Lügen von Usopp. Das ist so ein Video, was ich bei ihm immer mitbekomme, dass das irgendwie alle halbe Jahr mal kommt oder so mit der Aktualisierung oder so etwas. Da habt ihr es doch schon. Muss ich doch nicht auch machen, oder? Wird es ja schon gut hingekommen haben, oder? Nehmt ja mal nur die Keule mit, oder kann die auch ohne. Natürlich nimmt sie die Keule mit, das ist ja ihre Waffe. Ähm, ja. So. Jo. Kommt mal wieder ein Video mit Marco Dorn. Ich weiß nicht, warum er mich immer fragt. Ich kann ihn ja nicht erreichen. Ich habe das ja schon öfters gesagt. Er macht doch eh kaum noch was und nee, eher nicht. Nee, was soll ich machen? Ja, ich mache Videos mit anderen Leuten, aber es wird halt in eine andere Richtung gehen. Ja, jetzt, wenn wieder eine Pause ansteht, werde ich ja wieder eine Aufnahme mit Kevkovic machen und ich habe ja noch eine Aufnahme mit Kevkovic gemacht, die wird aber auf seinem Kanal stattfinden, wird wahrscheinlich die Woche noch kommen. Hoffen wir es doch mal. Freut euch schon drauf. Wird nicht um One Piece gehen, aber wer Kevkovic kennt, wird wahrscheinlich das Thema kennen, um was es in diesem Podcast geht. Äh, wie findest du den Manga Magi? Habe ich leider noch nicht gesehen. Äh, kann ich leider noch nichts dazu sagen. Ja. Ja. Ähm, aber ich lese sowieso schon viele Manga. Wie gesagt, dass ich sage, ich bin ein bisschen Manga-süchtig, ist nicht gelogen. Ja, also, ich habe extrem zugeschlagen die letzten Wochen und Monate. Ähm, wo schläft eigentlich Yamato auf der Sunny? Ähm, sicherlich nicht bei Sanji, aber ich kann mir gute Szenen mit Sanji und Yamato vorstellen, weil Yamato doch vielleicht in gewisser Weise ein bisschen naiv wirken könnte und dann von Nami und Nico Rovin beschützt werden muss. Ja. Genau, äh, ja stimmt, es soll neue, es soll ja heute neue Ankündigungen zur Netflix-Serie geben, ähm, vielleicht Trailer sogar, das werde ich mir auch noch gucken und, äh, mal schauen, vielleicht gibt es ja dann morgen einen Doppel-Upload oder so etwas, äh, mit Spoilern oder ich baue das in die Spoiler rein. Ähm, ähm, na gut, wäre ein bisschen blöd für die Leute, die keine Spoiler sehen möchten. Vielleicht mache ich dann am Mittwoch ein Video zu den neuen Sachen zur Live-Action-Serie. Ich denke, dann sind auch alle Infos draußen. Hast du den Anime schon gesehen? Wegen Robins Finisher? Habe ich gesehen. Bist auch schon jetzt die ganze Zeit dabei, hast du auch mitbekommen. Äh, glaubst du, Oda könnte mit dem Ende von One Piece vieles verkehrt machen? Siehe Naruto Shippuden. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Naruto Shippuden, ich habe nur Naruto gesehen, deswegen weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich habe ein großes Vertrauen in Oda, von daher denke ich, das wird uns alle zufriedenstellen. Ähm, ich würde, Yamato würde Brook ihr Höschen zeigen? Ich denke, ja, das könnte passieren. Wie gesagt, da muss sie vielleicht ein bisschen umdenken, aber ich denke, das kriegt sie schon hin. Äh, meinst du Blackbeard weiß über Ruffys Frucht Bescheid und wollte, äh, deswegen die Regierung damals ausliefern? Äh, nö, weil wenn er gewusst hätte, dass Ruffy so eine krasse Frucht hätte, hätte er sich wahrscheinlich selber geholt. Er wollte Ruffy damals ausliefern, weil er ein großes Kopfgeld brauchte, um Shishibukai zu werden, habe ich auch schon öfters mal erklärt. Ja, äh, also, Blackbeard ist eigentlich gar nicht so schwer zu lesen. Ähm, was machst du, wenn du auf einmal heißt, äh, Monkey die Vegapunk? Dann würde ich mich fragen, warum? Nö, also das muss wirklich nicht sein. Ich meine, er kommt ja auch nicht dorthin, wo Ruffys Familie herkommt. Er kommt ja von Karakuri, nicht Katakuri, sondern Karakuri, aber da empfehle ich euch einfach nochmal diesen Vegapunk-Podcast, den ich letzte Woche aufgenommen habe, da, äh, gehe ich auch nochmal auf Vegapunk direkt ein. Ist ja jetzt, äh, auf jeden Fall ein Charakter, der jetzt demnächst vielleicht sogar sehr interessant werden könnte. Ähm, er wird Yamato ihre Erkenntnisse mal mit Robin austauschen? Ruffy will ja nichts wissen. Ähm, ich glaube nicht, also, ich glaube, viele erwarten zu viel von dem Logbuch von, äh, Kozuki Oden. Wir dürfen nicht vergessen, da sind einige Seiten rausgerissen worden. Und wer so ein bisschen diese Oden-Flashback verfolgt hat und was er niedergeschrieben hat, da werden vielleicht so ein, zwei Hinweise sein, die wir aber jetzt sowieso wahrscheinlich noch erfahren werden. Und dann war es das auch großartig. Ähm, Glaubst du, dass viele eventuell enttäuscht sein könnten, wenn sie herausfinden, dass das One Piece wirklich ist, äh, beziehungsweise wenn Oda es enthüllt? Vielleicht. Möglich, dass, dass dort viele enttäuscht sind. Einfach abwarten, ja? Ich brauche, man braucht doch jetzt noch keine Angst haben. Äh, man kann ja dann sehen, wenn es soweit ist. Ähm, äh, äh, Liebesböse, Lieblingsbösewicht aus der ersten Hälfte der Grand Line. Schwierig, vielleicht Crocodile. War schon ziemlich cool. Aber, waren viele ziemlich cool. Ich fand auch Gecko Moria klasse. Äh, Rob Lucci. Waren eigentlich alle gut. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ähm, auch im East Blue waren die alle gut. Vielleicht außer Don Creek. Den fand ich jetzt nicht so toll. Aber der hatte auch so ein bisschen diese, diesen unfairen Kampf da mit seinen ganzen Waffen gehabt. War schon irgendwo cool, aber irgendwie, naja. Im Gegensatz zu den anderen stinkt er halt ein bisschen ab. Ähm, ähm, wie stellst du das Wiedersehen der Strute? Äh, beziehungsweise Brood mit Laboom vor. Ja, glücklich. Ja, die werden ja, die werden sich freuen und werden auch eine Party feiern. Und Laboom wird wahrscheinlich auch glücklich sein. Wird vielleicht wieder diese Quietschgeräusche machen, die er als, als kleiner Wahl gemacht hat. Äh, denkst du, wir erfahren irgendwann, wer die leiblichen Eltern von Nami waren, sind? Nö. Ich meine, Nami wurde auch großartig behandelt. Es wurde auch noch gar erklärt, äh, wo sie herkommt. Äh, und dass sie wahrscheinlich tot sind. Und wer sind die wahren Eltern von Nami? Ist doch klar. Es ist, äh, es ist Belmere und es ist Genzo. Also nicht Genzo, sondern Genzo. Ja, ihr kennt ihn alle. Das sind die Eltern von Nami. Ja, alles andere spielt keine Rolle. Ja, das ist halt, das ist halt so, äh, hier kann ich mal so ein bisschen was aus, aus Hunter x Hunter erzählen. Ja, weil, äh, Gon sucht ja seinen Vater. Das ist ja so sein, sein erste, seine erste Agenda, seinen Vater zu finden. Und er wird irgendwann mal gefragt, ob er auch seine Mutter finden will. Und dann sagt er, nee, will er nicht finden, weil seine, seine Tante ist seine Mutter. Äh, das interessiert ihn halt so gar nicht mehr, ja. Und, äh, so ähnlich wird's halt auch bei Ruffy und Co sein. Und, bei Ruffy ist halt, äh, Makino und Dadan seine Mutter. Ja. Magst du Johnny lieber oder Yosaku? Ich denke, die geben sich nicht viel. Die sind beide cool. Sind ja auch jetzt im Dorf von Nami und sind Angler geworden. Äh, was ist für dich das größte Rätsel aus One Piece? Außer das One Piece? Puh. Äh, vielleicht die ganze wahre Geschichte. halt. Ja, das verlorene Jahrhundert. Ich finde, das ist am mitinteressantesten an One Piece. Äh, wann glaubst du, sehen wir das Buch der Teufelsfrüchte? Auch da, würde ich sagen, erwartet da nicht so viel. Vielleicht steht da auch nur das meiste drin, was wir schon kennen. Äh, so krass geheimnisvoll ist das halt nicht. Gell? Ich meine, äh, wenn wir ja jetzt auch wissen, dass da ja auch Falschaussagen drinstehen, mit, äh, mit, äh, der Gumgumfrucht. Ähm, aber ja, vielleicht sehen wir es ja bei Vegapunk, aber welcher Charakter soll denn da drin blättern? Ich hoffe lieber mal, dass das als richtiges Buch irgendwann erscheint für uns, wo dann alle Teufelsfrüchte in One Piece aufgelistet sind. Natürlich halt die korrekten. Heißt, die Gumgumfrucht ist da die Hito-Hito-Nomi, mystisches Modell Nika. Ähm, also einfach so als Startabook, da hätte ich Bock drauf. Aber wird ja teilweise jetzt schon gemacht in den One Piece Magazines, ähm, die wir leider hier in Deutschland nicht bekommen. Äh, Dennis Wayne, vielen Dank für 5 Euro. Äh, Grüße zurück. vielen, vielen Dank schmeckt. Könntest du dir vorstellen, wenn Big Mom wirklich tot ist, dass man die Auswirkung auf Whole Cake spürt, dass die Homies verschwinden und so vieles alles zusammenbricht, was sie durch die Teufelsfrucht erschuf. Auch hier habe ich ja im letzten Podcast schon darauf hingewiesen, also im letzten Q&A Podcast, äh, dass die Homies nicht zwangsläufig verschwinden müssen. Würde ja auch, äh, diese ganze Zeus-Upgrade für Nami komplett widerspiegeln. Nicht bei jeder Teufelsfrucht ist es so, dass sie Wirkung nach dem Tod des Anwenders erlischt. Bestes Beispiel Trafalgar Law. Ich meine, wie viele Leute wollen, dass er diese Operation der ewigen Jugend durchführt? Und wir wissen alle, dass er dabei sterben würde. Und dann wäre diese Operation dann auch wieder obsolet. Funktioniert dann nicht mehr, weil der Anwender tot ist. Ihr merkt, würde sich widersprechen, nicht jede Teufelsfrucht, äh, funktioniert nach Schema F. An der Stelle kann man das so sagen. Äh, Nico Robbins Mutter und Namis Mutter haben doch den gleichen Tod gehabt, oder? Wir haben den Tod von Namis Mutter, äh, also ihre leibliche Mutter nicht gesehen. Und, äh, ja, beide wurden halt durch einen Kopfschuss erschossen. Ja. Kann man so sagen. Belmere und, äh, auch, äh, Nico Olivia. Denkst du, Kobe ist zur Zeit stärker als Smoker? Könnte sein schon, aber irgendwann später in der Zukunft definitiv. Äh, auf welcher Insel würdest du am liebsten in der One Piece Welt leben? Hm, keine Ahnung. Sabahodi Archipel war schon sehr, sehr interessant, ja, mit den ganzen Croves. Ähm, Boeing Archipel ist natürlich Schlaraffenland, aber, ähm, ein bisschen gefährlich an der ganzen Geschichte. Ähm, weiß, weiß wirklich nicht. Water 7 ist ganz cool. Ich denke, das ist, äh, eine ziemlich coole Insel, aber, im Allgemeinen gab's da richtig coole. Es gab ja auch dann diese, diese Wellnessinseln noch, die nur in Phila aufgetaucht sind. Ähm, Wano Kuni ist natürlich, wenn's jetzt wieder, äh, nach oben geht, äh, auch gut. Äh, Skype ja. Ja, also ich denke, es gibt sehr viele, die einfach nur cool und chillig sind, ja. Ähm, gibt es die Theorie, dass Roger damals mit, er hätte gerne die Zeit von Joyboy erlebt, nicht den uns bekannten Joyboy meinte, sondern Ruffy, das würde uns doch eine komplett neue Ansicht geben, oder, auch das hab ich ja vor Monaten schon gesagt, als wir bei dieser Szene waren, und hab gesagt, hey, vielleicht meint er nicht den Joyboy von damals, sondern den neuen Joyboy, und ja, klar, das ist halt eine Ansichtssache, äh, und da hat halt dann Oda so, äh, und als Roger quasi ein bisschen vorgeschadowed, aber, ja, diese Theorie, äh, hatte ich auch, und, äh, ich war sicher halt nicht der Einzige. Äh, Cracker gegen Doflamingo, wer würde gewinnen? Doflamingo. Welcher One Piece Film findest du am schlechtesten? Puh, schwierig. Ähm, richtig schlecht finde ich die alle nicht, würde dann aber sagen, vielleicht Stampede. Ich kann halt nur sagen, dass Film Set der absolut Beste ist. Aber hey, dieses Jahr kommt Film Red, von daher, könnte vielleicht der der Beste werden. Man weiß es nicht. Ich hoffe das Beste. Äh, glaubst du, dass die Teufelsfrüchte nach der Erlösung durch einen Fluch wieder schwimmen können? Also die Nutzer wahrscheinlich. Äh, nein. Das soll, es muss ja irgendwie, äh, so ein bisschen genervt sein, dass man eine Teufelsfrucht gegessen hat, und ich finde das gar nicht mal so schlecht, gerade in dieser Welt. Er kehrt Namimai mit Okta in ihr Dorf zurück, nach der Vergangenheit mit Alon. Gut möglich. Ja, keine Ahnung. Sie versteht sich ja jetzt mit den Fischmenschen, und denen zu zeigen, dass es auch gute Fischmenschen gibt. Bestimmt nicht schlecht, aber dafür hätte man vielleicht auch Jinbei. Bestes Opening, meiner Meinung nach, ist, äh, We Go. Also ich bewerte das nach dem Song, und We Go gefällt mir da am besten. Aber es gibt auch andere gute Songs. Ähm, ja, Spa Island war der Fehler. Ja, genau, das Spa Island zum Beispiel. Aber es gab ja noch andere Inseln, wo irgendwie einfach nur gechillt wurde. Ähm, Ähm, ja, ähm, die, die, die One-Piece-Filme sind für Anime-Verhältnisse eigentlich relativ günstig zu bekommen. Bei, bei Kasa. Kann ich eigentlich empfehlen. Also ich glaube, da bezahlt kein Film über 20 Euro oder so, und für Anime-Bereich ist das eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich finde, alles, was wir bis jetzt mit Ruffy erlebt und gesehen haben, wiederholt sich. Es gibt sehr viele Parallelen irgendwie mit früher und heute. Ja, es gibt sehr viele Parallelen, aber es kommt ja so oft noch vor, dass, dass wir überrascht werden. Also kommt ja auch immer wieder ein neuer Input rein. Dass sich nach so vielen Kapiteln mal hier und da etwas, ähm, widerspiegelt, ähm, ist halt einfach gegeben. Ähm, aber das ist ja auch irgendwo interessant, dann diese Parallelen zu finden. Und, ähm, vielleicht ist es für Oda keine Parallele, aber wir als Leser empfinden es halt so. Ich glaube, wir werden sehen, wie Ruffy mal einen Bart bekommt. Eher den Roger-Look oder Garb-Look. Ähm, es wurde ja, ähm, angeteast, wie Ruffy mit 40 und mit 60 aussehen wird. Ich glaube, da bekommt er sogar einen Bart. Am Ende von Roman's Dawn, äh, hat er auch so einen Shanks-Bart. Also, ja, warum nicht? wäre auf jeden Fall cool, aber ich glaube nicht in der laufenden Story nicht. Ja. Hm. Hm. Äh, apropos Spa-Island, werden wir Foxy jemals wiedersehen? Ich denke schon. Ich meine, bei Film Stampede hat man ihn ja auch reingebracht. Also, äh, passt das auch. Sammelst du auch die One-Piece-Piratenschiffe? Ich hab zwei, äh, von Semplo, äh, Klemmbaustein. Die sieht man ja auch im Hintergrund. Einmal die Tausend Sunny und einmal die Polar Tank, das U-Boot von Trafalgar Law, was ziemlich viel Platz da oben wegnimmt und wahrscheinlich dann bald in ein anderes Regal verschwindet. Aber, so ist das halt, gell? Platz muss verwaltet werden. Ich brauch dringend ein neues Regal. Das muss, äh, diesen Monat auch noch irgendwie bewerkstelligt werden, hoffentlich, oder spätestens nächsten Monat. Und ich denke, damit sind wir für heute durch, ja. Waren wieder coole Fragen dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich hab die auch zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Nochmal, um diese Sache mit den Spoilern zusammenzufassen. Ich geb mich geschlagen. Ich hab's lange versucht, ohne die Spoiler. Mir geht's nicht darum, äh, jetzt dadurch auf Krampf Klicks zu generieren, aber es ist halt schwierig, ohne die Spoiler zu kennen, Content zu kreieren. Und jetzt, wo die wieder so extrem früh kommen, laut, äh, den, äh, Informationen, die ich habe, sind sie schon raus. Ich hab sie heute nicht gelesen, aber wer das jetzt im Anschluss tun, werde ich wieder Videos produzieren, ja. Ich denke, die meisten freuen sich. Ein paar werden traurig sein, aber ich versuche euch auf Krampf nicht zu spoilern. Heißt, Thumbnail und Titel werden absolut neutral gehalten, ja. Natürlich ein bisschen, äh, so, dass ihr Lust darauf habt, darauf zu klicken, aber halt nichts, was euch irgendwas erzählt, was darin vorkommt. Und die Review wird weiterhin auch am Sonntag bleiben, weil ich möchte nach der offiziellen Übersetzung gehen, weil doch hin und wieder mal, nicht immer, aber hin und wieder mal, äh, da sich ein paar Fehler einschleichen, oder vielleicht Kontextfehler, und so etwas, ähm, und dann wissen wir genau, was gemeint gewesen ist. Ich meine, da gibt's extra Leute, die werden dafür bezahlt. Stephen Paul, in dem Fall, äh, der die englische Übersetzung macht, äh, ist halt immer besser als ein Laie, oder? Ich meine, ähm, wenn ihr irgendwas in eurem Haus gemacht haben wollt, äh, dann holt ihr euch auch nicht, äh, jemanden, der es hobbymäßig macht, sondern jemanden, der es gelernt hat, oder? Nur so als Beispiel, aber, ja, äh, ich denke, äh, jeder, der nicht abwarten kann, äh, hat, äh, genug Möglichkeiten, das zu lesen, und ich möchte euch da auch gar nicht davon abhalten, deswegen wird das jetzt so weitergehen, ja, seht's mir nach, wie gesagt, ich hab's nicht erzwungen, aber, irgendwann, ich muss mir nicht immer, äh, äh, noch mehr größere Steine in den Weg legen, und ich denke, die meisten freuen sich ja auch darauf, gerne. Ähm, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder dabei wart, gell, für die ganze Unterstützung, die ihr mir gegeben habt, vielleicht für Abos, die gegebenenfalls reingekommen sind, und, äh, die Daumen nach oben, ich hoffe, die kommen nachher, auch wenn das Video online geht, ich werde das jetzt im Anschluss direkt rendern und wieder hochladen, dann kommt das meistens so um 21 Uhr bis 22 Uhr, die meisten wollen es ja dann nochmal zum Einschlafen hören, und ich hoffe, ihr habt dann auch eine angenehme Nacht, und am besten auch eine kühle Nacht, denn bei Hitze schlafen ist immer unangenehm, ich bedanke mich, vorher einschalten und zuhören, bleibt gesund, bleibt am Leben, und es wäre schön, wenn ihr mir gewogen bleiben würdet, Ade. Abonniere Vielen Dank.